sonne mond zwei bestes pokémon spiel du hast keine ahnung bin drauf und dran mir heute abend ein gamecube zu kaufen lohnt sich das für kolosseum selder und maybe gameboy player es lohnt sich für kolosseum xd wind waker twilight princess wobei die wahrscheinlich irgendwann auf die switch kommen werden pikmin sind schon auf der switch luigi's menschen 1 ist nicht auf der switch aber 1 medroid prime 1 ist aber schon auf der switch mario kart double dash eternal darkness ist ein krankes spiel ein horrorspiel für die gamecube smash bros melee ist geil auf der gamecube er fällt mir grad nicht ein mario sunshine aus gibt es auch auf der switch also selbstverständlich lohnt sich eine gamecube zu holen natürlich donkey kong mit den bongos ja hey sort of the demon king dankeschön für 13 monate wie holst du dir eigentlich die events auf dem 3ds gar nicht ich habe sie schon und man kann sie heutzutage nicht mehr holen wenn du sie nicht hast hast du pech gehabt schickst mir noch die teile die ich brauche daran habe ich gedacht aber bis ich hab's wieder vergessen also schreibst mir auf discord und nicht hier ich schick dir darf man fragen warum man nicht schreiben soll wie viele zuschauer du hast diese information bringt mir nichts das einzige was sie mir bringt ist mich schlecht zu fühlen es ist zu wenig fühle ich mich schlecht ist es zu viel bin ich nervös diese zahl bringt mir nichts außer negatives wenn ich sie weiß also sag sie mir nicht bisher jeder der sie gesagt hat wurde gebannt ich werde schnell nervös tatsächlich ja ptbs ist ptsd auf deutsch echt post 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 trauma sagt ja mal was ist dann bessern Aber warum ist dann Disorder? Das ist ein englisches Belastung. Belastungssyndrom. Ah, posttraumatisches Belastungssyndrom. Krass. Pokémon XC ist leider wahnsinnig teuer. Werde das über Flohmärkte finden müssen. Ja, und selbst da ist es teuer. Mir hat es ein wundervoller Zuschauer geschenkt, der kein Geld will. JJ, wo bist du? Lass mich dir Geld geben. Verdammt nochmal. Aber ja, so 100 bis 200 Euro ist halt XD tatsächlich überall. Ich habe auch letztens in einem Retro-Laden war ich war auch 150 Euro oder sowas. Hallo Marco. Okay. Hallo Verox. Mir ist gestern eben aufgefallen, als wir uns das Wuffels geholt haben von Angel. Von Natsu. Natsu Angel. Ich habe immer Bock auf Schwert und Schild. Wir haben das gestern ja uns geholt oder sie hat uns das geschickt, netterweise. Deswegen, ich habe Wuffels mit Tempomacher aus Gen 7 mit meiner OT jetzt. Aber ich sehe schon, wenn ich irgendwann das Video mache, dazu, wenn die Leute sagen, oh nein, wie soll ich denn das jetzt kriegen? Gar nicht. Deswegen würde ich gerne ein paar Eier machen, die ich dann verschenken kann an Leute. Keine Ahnung, so 100 Stück oder sowas. Das vor dem 8. April passieren muss. Weil es geht nicht darum, die Eier zu machen bis zum 8. April. Es geht darum, die Eier online verschicken zu können an andere. Weil sonst nach dem 8. April muss man nebeneinander stehen, um diese Eier dann zu verschicken. Es gibt keine andere Möglichkeit, in Gen 7 einen Wuffels mit Tempomacher zu bekommen sonst. Das geht nicht. Das ist wie Ash-Kwajutsu. Nur Ash-Kwajutsu kann man sich immer noch holen, weil die Demo kann man, naja, sich zumindest illegal auf den 3DS draufladen. Illegal. Eine Demo ist kostenlos. Ich finde, es ist nicht wirklich illegal, sich eine Demo runterzuladen, die kostenlos ist. Flug nach Irland wird gebucht. Genau, das ist dann die Konsequenz. Oder du gehst halt zu jemandem, der es hat, der nicht in Irland wohnt. Hallo Krokel. Ich dachte, ich muss dafür nicht viel machen, denn ich habe ja Spielstände in Sonne und Mond, wo ich den Hort habe, wo sogar Dittos drin sind. Jedoch kann man Wuffels mit Tempomacher nicht in Sonne und Mond übertragen, denn das wurde in Ultra-Sonn- und Ultra-Mond eingeführt. Das wusste ich, aber ich dachte trotzdem, hey, vielleicht gab es ein Update in Sonne und Mond, dass Tempomacher existiert oder Wuffels war da, schon drin. Aber nein, es ist nicht in Sonne und Mond, weswegen ich diese Wuffels mit Tempomacher nicht zurückübertragen kann, dort, wo ich den Hort freigeschalten habe. Und da wir den Spielstand hier von Happiness schon überspeichert haben, wo der Hort freigeschalten war, muss ich jetzt mit meinem Spielstand bis zum Hort spielen. Ich habe gestern extra geguckt, wie weit wir spielen müssen bis zum Hort. Und das geht, glaube ich, relativ schnell. Ich weiß nicht, wie viele Cutscenes dazwischen sind, die wir dauernd wegspannen müssen. Aber zumindest müssen wir von der allerersten Insel runter. Bis zum Hort ist es nicht so weit, oder? Wir müssen von der ersten Insel runter. Keine Ahnung, wie lange das dauert, aber dann auf der zweiten Insel ist man ziemlich schnell in dem Gebiet, wo der Hort ist. Und ich habe mir schon Ditto und eins mit Flammkörper rübergetauscht. Das heißt, wir können sofort loslegen. Ich muss nicht spielen, bis es Ditto gibt, weil die sind ganz am Ende vom Spiel, glaube ich. Also das ist kein Problem, aber ich muss halt bis dahin spielen, wo ich dann endlich das Wuffels in den Hort packen kann. Genau, das war auch mein Problem mit den Wuffels. Ich hatte meins damals schon auf Pokémon Home, war leider weiblich. Ah. Ich glaube, die sind immer weiblich. Ich glaube, das aus dem Jubelball, das du Geschenk kriegst per Event, ist immer weiblich. Aber du kannst ja das nehmen und brüten, dann hat es einen Pokéball und so lange, bis es halt männlich ist. Genau, das machen wir hier. Und ich kann dann eben die Eier an Leute schicken per Tausch, der nur bis zum 8. April funktioniert. Und dann haben die Leute auch ein Wuffels mit Tempomacher, das man zu Zwielichtform machen kann, mit ihrer OT im Pokéball. deswegen werde ich heute ein bisschen dieses Spiel spielen und wir werden ein bisschen Hate gamen, denn das Spiel ist nicht gut. Aber vielleicht werde ich mich ja verlieben in das Spiel dabei. Musik ist schon schrecklich. Und wir spielen mal so weit, bis ich beim Hort bin. und dann werde ich irgendwann einen Termin machen, den ich überall poste. Und wir werden dann einen Stream machen, wo ich Wuffeleier verschicke an Leute hier online. Ich glaube nicht, dass es so viel sein werden. Aber ich werde es nur an dem einen Tag dann machen. Hey, Drarot, Schwarzweder, vielen, vielen Dank für deinen allerersten Sub hier. Ihr müsst mir wahrscheinlich helfen, wobei die Karte da unten zeigt mir immer an, wo ich hin muss. Ich glaube, es ist das erste Spiel, wo wir einen Questmarker haben. Das heißt, ich muss wirklich nicht lesen. Eigentlich ist das ein geiles Game. Ich glaube dir kein Wort. Hallo JJ. Hallo Angel. Ein Ditto kann man sich schon gegen Ende der zweiten Insel fangen. Ah, okay. Aber selbst das ist weiter als der Hort und so weit müssen wir nicht. Allein, dass man dreimal das Spiel spielen musste wegen den drei Startern, war 45 Minuten pro Start ist etwas viel. Ich glaube, Ultrasonne, Ultramond ist nicht 45. Wobei, du musst bis zum Poké... Wobei, ich weiß nicht, ab wann funktioniert Pokémon Bank? Wahrscheinlich Instant. Man muss nur einen Pokémon fangen. Und ich glaube, in Ultrasonne, Ultramond sind es 20 Minuten, bis man beim Fang-Tutorial ist. Ich glaube, das geht noch. Aber Sonne und Mond sind es 35 Minuten oder so. Bank müsste direkt gehen. Spiel gut, Cutscenes böse. Welche Cutscenes? Halt! Stopp! Man muss sie bis zum Center bringen, wegen Box. Du hast recht, man muss bis zum Pokémon Center spielen, um sie in die Box zu legen. Oh, du hast recht. Und dann bringt einem Pokémon Bank nix. Du hast vollkommen recht. Das heißt, man muss jedes Mal so weit spielen, wie wir gestern gespielt haben und das war locker eine Stunde. Ja, äh... Das werde ich machen. Ich werde das nicht sechsmal machen, aber ich werde es dreimal machen. Und dann die... Zweimal muss man es eh machen, das heißt einmal extra. Und dann werde ich das dritte einfach nochmal machen und die restlichen werde ich dann... Ich glaube, jetzt sind wir in dieser Schule oder so. Und die restlichen werde ich dann brüten. Darum habe ich auch nur gebrütet, ja. Man könnte auch bis zum 8. April noch Wundertausch machen und hoffen, dass man einen Starter kriegt und die dann brüten. Du hast ja eh schon einmal gemacht. Einmal ist er jetzt hier schon, ja, ja. Mit Bautze. Trainer bekämpfen musst du jetzt. Ich habe keinen... Ja, keinen Questmarker. Muss ich die da drin besiegen? Ich habe in der Komplettlösung irgendwas gelesen von wegen, man muss in der Trainerschule kämpfen. Spiel ist am anstrengendsten wegen der Cutscenes. Ja, außerhalb der Schule. Drinnen und draußen. Okay. Die kleinen Kinder. Kämpft mit mir! Hier, ich zeige euch mal eure Dinger. Anna, du bist ein Lavados. Und dann schauen wir, ob wir das so schaffen. Äh, Verox, du bist ein... Ich glaube, das ist ein Vollbeat. Hannes, du bist ein Stalobor. Raroth, du bist ein... Äh, Meta... Mel... 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 Meta... Metacross... Tannhel... Meta... Mel... Mel... Meta... Ne. Farskai, du bist ein Fabiegel. Und JJ, du bist ein Aquana. Metang, genau. Ja, wiederhol noch mal, wie viel soll ich... Was... Noch ein kleiner hinwas von mir, wenn du einmal... Wenn ich einmal gegen ein Pokémon gekämpft habe, wird schon angezeigt, ob es sehr effektiv ist oder nicht. Ich fände am besten wäre, dass wenn man das Pokémon gefangen hat, weil nur wenn man ein Pokémon gefangen hat, kann man es studieren. Wobei, der Pokédex analysiert es schon davor. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber erst dann, finde ich, sollte man angezeigt kriegen, was super effektiv ist und sowas. Aber heutzutage ist das so mit dem... Hallo, Mr... Mr. Stichu. So. Bist du jemand? Danke. Dann fangen wir mit Gen 5 an. Am Montag. Ich muss mal gucken, wie glimpflich dieses Spiel ist im Sinne von... äh... getauschte Pokémon, dass die dir nicht gehorchen. Weil ich hab... Ich muss mal gucken, was ich dabei hab. Weil ich hab ja dieses Volverock auf Level 47, glaub ich. Mit dem könnte ich jetzt hier durchrennen. Aber wahrscheinlich dauert es länger, weil die mir die ganze Zeit nicht gehorchen. Wahrscheinlich geht es schneller mit Bouts. Warum Gen 7 heute? Steht im Titel! Und du warst auch gestern da, Gameboss. Du hast auch gestern mitgekriegt, was wir... Auf was für einer Reise wir gerade sind. Die Gorchen, die haben Level 50 erst mit auf... erst mit Insel 2. Alter. 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 Oh mein Gott. Das ist so ein... Das ist inzwischen in Gen... Ich glaube in Gen 8 war es immer noch nicht. Aber in Gen 9... Nee, in Gen 8 glaube ich war es nicht. In BDSP war es auch nicht. Aber in Gen 9 war es endlich so, dass es einfach instant auf das Level geht. Äh... Quasi das maximale Level, das man erreicht. Und nicht jedes Level gibt eine Fanfare. Was hab ich denn jetzt hier dabei? Okay. all diese Mabula-Sachen und Wuffles. Wuffles kann ich ja im Team behalten, weil das muss ich ja entwickeln. Ich sollte zum Pokémon Center kurz zurück. Ich meine, wir spielen das ja nicht hier umsonst. Irgendwann werde ich ja Gen 7 machen. Nur es macht jetzt kurz Sinn, das vorzuziehen. Den Anfang zumindest. Wegen dem April-Ding. Aber das ist das erste Spiel, glaube ich, wo es erstmal nicht einen extra Supermarkt gibt, oder? Äh, in Gen 6 gab es, glaube ich, den Supermarkt schon im Laden. Ähm... Und dann können wir... Wir nehmen mal... starke Pokémon rüber. Ich muss es nicht übertreiben, oder? Ich muss jetzt kein Level 100 Fuegro nehmen. Das wird mir nie gehorchen. Jetzt auch mit 28, aber das wird mir nicht viel bringen. Ähm... Genau, weil das Peppep kann ich ja leveln. Ein Mabula kann ich ja auch leveln. Fiaro ist halt das, äh, hier Flammkörper-Ding. Und ein Wuffles müssen wir auch auf was 25 bringen, damit es zu Zwielicht wird. Und dann müssen wir aufpassen, oder? Weil es könnte trotzdem zu einem falschen Wuffles werden, was wir nicht brauchen. Gen 5 hat auch schon... Oh, du hast recht mit diesen... Äh, diese zwei Stockwerke da in Gen 5. Du hast vollkommen recht. Spielst du nur die Ultra-Teile? Anscheinend... Ich habe mich noch nicht so mit Gen 7 beschäftigt, aber anscheinend... Ähm... Brauche ich nur die Ultra-Teile spielen. Weil in den Vorgängern ist nichts Besonderes drin, das die Ultra-Teile nicht haben. Aber die Ultra-Teile haben halt mehr Ultra-Bestien. Deswegen ich die sowieso spielen muss. Ich surfe auf und ab für meinen Kangama. Taurus eben bekommen. Aha. Da macht jemand den Miss... Missing-No-Glitch, um Safari-Zone-Pokémon zu kriegen. Kann ja sein, wegen erster Edition. Du hast vollkommen recht. Äh, das habe ich ja immer gesagt. Aber ich habe mich da nie dran gehalten. Ich habe zwar immer gesagt, dass die erste... Ich fange das Pokémon in der Gen, in der es das erste Mal vorkam. Und ich weiß noch, dass ich, glaube ich, in... In Gen 2... Wobei, in Gen 2 habe ich auch Kristall gespielt. Und in Gen 1 habe ich, glaube ich, noch gesagt, ich spiele extra nicht Pokémon Gelb, weil es da einfacher ist und weil es eben nicht das erste ist. Aber ab Gen 2 habe ich mich da nicht mehr dran gehalten, weil... Erstens sind die Teile halt besser. Der Kristall ist besser, Platin ist besser, Smaragd ist besser. Warum soll ich die schlechteren spielen? Ich will ja trotzdem Spaß haben. Ähm... Und ja, es spart halt Zeit. Warum soll ich die schlechteren Spiele spielen, wenn ich... Wenn es keinen Unterschied macht. Es steht nirgendwo dann, du hast dieses Boats in Sonne gefangen. Es kommt aus gleiche raus. Es ist beides aus dem gleichen Spiel, gleiche Regionen, da, da, da. Okay, nichts ist effektiv gegen den. Hallo, JP. Vielleicht ist es so weit, dass ich mein Level safe 50 Ding hole. Warum ist Slime so groß? Baut es einfach winzig. Und der Teenager, der Knips ist auch winzig. In den Ultra-Teilen gibt es weniger Story? Wie meinst du das? Es ist ja schon die gleiche Story. Sie haben es nur angenehmer, glaube ich, gemacht. Mehr Story. So, mehr Story sogar. Ich glaube, ich glaube, du meinst, dass der originale Teil hat weniger Story, weil sie halt viele Sachen weggemacht haben, die genervt haben. Oder? Weil es ist, Ultra hat mehr Story am Ende. Es ist halt die ganze Fusion oder wie das heißt, hier wurde ja doch hinzugefügt und so. Es sind nicht so viele Trainer, die hier sind. Der originale Teil ist fast gleich. Ich glaube, drin müssen auch welche sein, aber ich war doch schon drin, da war niemand. Marco, Dankeschön. Dankeschön, dass du Pharrell ein ein Abo geschenkt hast. Dankeschön. Vielleicht reicht es schon. Aber es waren nur drei. Ich kriege die Tür nicht zu. Jetzt habe ich einen Kangama gefunden. Meine Box ist voll. Ich hasse Gen 1. Gen 1 ist großartig. Es ist der Ursprung von allem. Huldige Gen 1. Man darf nicht Gen 1 verfluchen. Es ist halt die Alpha von Pokémon. Denk immer dran, wenn du irgendwas Wichtiges suchst, geh auf Nummer sicher, dass deine Box nicht voll ist. Das passiert dir auch noch einmal. Wo sind die Kämpfer? Die kleinen sind es. Okay. Ohne zu spoilern, haben sie schon größere Veränderungen am Finale vorgenommen. Okay. Ich werde nicht wirklich einen Vergleich haben, weil ich glaube, ich werde nicht wirklich die normalen spielen. Pharrell, Pharrell Williams, Pharrell, Pharrell. Dankeschön, Dankeschön. Für 5 Subs. Zettel kommt bestimmt gleich. Zettel kommt bestimmt. Zettel da ist er. Pharrell. 5 Subs. Vielen, vielen Dank. Der Zettel wird aufgehoben natürlich. Und die TTS hat gerade gezeigt, dass es nicht funktioniert hat, was ich gemacht habe. Das machen wir wieder rückgängig. Ich wollte TTS auch machen für Subs, aber er will nicht. Gefällt irgendjemandem die Musik besonders in Gen 7? Ich mag ja eigentlich dieses Hawaii-Thema, aber die Musik, finde ich, haben sie irgendwie, also die passt schon dazu, aber ich finde es jetzt, sie passt, aber ich finde es jetzt nicht besonders gut. Keiner sagt, oh ja, der Tune aus Gen 7, der hat mir richtig, weißt du, so wie jedes, jeder Gen hat so ein paar Songs, die einfach jemand kennt. So Cynthia und die Leggy-Kämpfe. Manche Tracks sind gut. Schauen wir mal. Dauni, du bist der Fifi-Yen. Und wir haben seit langem, gestern genau genommen, mal wieder ein Shiny, Marco. Du bist ein Shiny Xatu. Shiny Xatu. So, das muss jetzt gewesen sein. Hier ist niemand mehr auf den Premises. Mönlich oder weiblich? Es ist immer das Standardbild hinterlegt. Hallo, was ist das für eine Kack-Quest? Kann mir irgendjemand sagen, was ich tun soll? Ich, ich war doch überall. Du hast nicht alle bekämpft. In der Mitte vom Feld ist ein Dude? Da war ich doch gerade, oder? Da ist niemand. Den musst du umbolzen. Ich war doch gerade in der Mitte vom Feld. Also den habe ich. Alle Trainer killen. Ihr seid viel zu brutal. Vom Schulhof fällt. Also nicht das da. Den habe ich. Ah, mit dem habe ich vorhin geredet. Ich muss zweimal mit dem reden. Lesen ist sehr hilfreich in dem Spiel, aber ich weigere mich. Der kämpft nur, ah, deswegen. Der kämpft nur, wenn ich alle anderen besiegt habe. Okay, okay, okay. Ich lerne so viel. JP, nicht spoilern. Ihr könnt mich ruhig spoilern. Also, es gibt hier keinen Spoiler Vorschrift und es ich bin jetzt Ihr seht, wie schnell ich die Story versuche wegzuklicken. Ihr könnt ruhig erzählen, was in der Story passiert. Also, es bringt nicht viel. Wenn, dann werden nur andere böse. Aber ich werde nicht böse. Story ist ja auch irgendwie nicht so important. Exakt. Ich hatte das Wurfus auf meinem Spiel, weiß aber nicht, wo es hin ist. Habe es nicht auf meinem zwei Spielen gefunden. Vielleicht kannst du ja dann eins von mir kriegen. Das da. Mal schauen, wie hier Pokémon gehorchen, wenn sie einem nicht gehören. Das mit einem kleinen Knirscher. Bam! läuft! Oh mein Gott, Professor Kikui ist der Champ. Ich freue mich drauf. Hallo Team Minator. Ich spoiler, es werden viele Sequenzen kommen. Das werden wir gar nicht bemerken. Wir werden es erst mal bemerken, wenn ich für zehn Minuten nicht weiß, wo wir hin müssen, weil ich die fünf Minuten Sequenz nicht gelesen habe. Ich glaube, es ist extra, dass die Charaktere so extrem überlichtet sind, weil die ganze Zeit soll so wirken, als ob halt krasse Sonne scheint. Das klingt echt genauso wie jeder Schulgang, ne? Dün, 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 dün. Ich kann mich an meinen nicht erinnern. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Waren es vier oder drei Töne? Oder nur zwei? Dün, dün. Nee, mindestens drei. Sind wir bereit? Ja. Zum Glück gibt es meistens einen Marker. Na, nur jetzt gerade nicht. Sind wir bereit? Sind wir, können wir gehen? Ich glaube, ah, nee, okay. Wir können immer noch nicht gehen. Okay, ich glaube, ich muss rein und dann kann ich in den zweiten Stock. Ah, ich kann jetzt in den zweiten Stock. Man kämpft gegen Kikui. Schu-Schu-Schul-Trainerschule-Anführerin. Möchte kämpfen. Es gibt keinen Champ. Gibt's in Gen 7 keinen Champ? Also Tali wird's doch sicher nicht. Der Champ ist dann und Kapuriki. Der Thron ist unbesetzt. Echt? Was für eine Besonderheit. Warum sind alle so stark? Vielleicht, weil ich pflanzen will. Warum hat die so ein starkes Flamio? Spiel ist voll schwer. In Gen 7 werden wir der erste Champ, der ever existiert hat. Besser ist es. Mal schauen, ob wir wieder so viel Glück haben. Nope. Ich habe mich schon gewundert. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn es jetzt wieder funktioniert. Dann wäre ich so langsam so, Moment mal, Jubelball. Vielleicht sind Event-Pokemons ausgeschlossen von dem gehorchten System und so. Aber nein, jetzt will es gar nichts mehr machen. In Spielen wird die Liga für Alola erst gegründet. Nein. Das heißt, die Top 4 wird frisch gegründet und ich besiege die zum ersten Mal. Wow. Das ist ja fast wie ein Legends-Spiel. Wolverog, jetzt darfst du. Du darfst. Wolverog. Bitte. Du darfst jetzt. Wolverog. Wolverog, bitte. Flamio kriegt unfassbar viel XP, wenn du jetzt drauf gehst. Wolverog, bitte. Gib ihr nicht die Genugtuung. Wolverog, komm schon. Wolverog. Oh nein, Wolverog. Wolverog, bitte. Wolverog. Was tust du? Ey. Wenn ich den Text skippe, weiß ich nicht, was ich machen soll in den Prüfungen. Okay. Aber ich kann ihn bestimmt nochmal anreden und erklärt es mir nochmal. Ich freu mich schon drauf. Ich glaub, wahrscheinlich müssen wir eine Prüfung machen, um auf die zweite Insel zu kommen heute, oder? Levelbiss lernen. Das normale Wuffels. Warum kann das Wuffels, was aus dem Ei geschlüpft ist, eigentlich schon vier Attacken? Achso, es hat ja schon ein bisschen Level gekriegt, aber trotzdem. Donnerzahn, Sandwirbel. Um das Prüfungsdrücken komme ich nicht rum. Aber ich finde irgendeinen Void-Glitch, wo wir einfach so ins Nichts können, um um die Prüfung rumzugehen. Captain Eilmar. Gegen die muss ich, das ist doch bestimmt jetzt die erste Arena-Leiterin oder so. Ja, Prüfungen. Vegetationshöhle. How Holy City. Ich lese das Essentielle. Ist halt ein Event-Pokémon. Ne, das ist kein Event-Pokémon. Es ist ein Ei von einem Event-Pokémon. Warum sollte ein Wuffels, das aus dem Ei schlüpft, wie ein Event-Pokémon sein? Es ist ja keins mehr. Das Wolverog, mit dem ich kämpfe, das ist das Event-Pokémon. Die Wuffels sind Eier davon. Weil das übertragbare Zuchtattacken sind. Es gibt keine Arenen. Dann halt Kumbayama-Lord-Plätze, auf denen wir uns Lieder singen und Pokémon streicheln. Es gibt trotzdem irgendwie so ein System wie Arenen. Sie heißen halt nicht so, oder? Es gibt halt Prüfungen. Sonst musst du mit dem Jubelball-Wuffels leben? Aber wenn du einen Jubelball-Wuffels hast, dann kannst du es doch selber einfach brüten. Dann brauchst du auch meins nicht. Oder meinst du, achso, weil du es schon auf Home hast? Dann kriegen wir das sicher hin. Krieg ich jetzt das Tauros schon? Leo wird die Musikprüfung hassen. Ich hab gestern mal so aus Langeweile Pokémon Home durchgescrollt auf dem Handy und geguckt, was mir noch für so Achievements da fehlen. Die will ich auch noch alle machen, bevor Bank irgendwann schließt. Weil es sind ein paar coole dabei, die echt viel Aufwand sind. Sowas wie Übertrage Visaflor, Glurak und Turtac aus Feuerrot oder Blattgrün auf Home. Was ich glaube ich relativ schnell machen könnte. Oder sowas wie Geschwätz, so benutze die Sprachsteuerung von Pokémon Home. Hab ich dann gemacht, hat nicht funktioniert. Also ich hab das Tauros nicht gekriegt. Weil man kann einfach in Home reinreden, wenn man Pokémon sucht und es erkennt. Es hat sofort geklappt. Ich hab Plauderguy gesagt. Dann hat er mir alle Plauderguys gezeigt, die ich in der Box hab. Aber ich hab's Achievement nicht gekriegt. Hallo Philipp. Hallo Friesenbayer. Werbung? Du hast Werbung grad? Das kann nicht sein. Hallo Ich hatte damals schon beide Versionen, aber damals hab ich noch nicht an sowas gedacht, wie diesen speziellen Decks, daher war mir das halt egal und nun kommen die Jugendsinnen zurück. Du, exakt, bei mir doch auch alles. Vor allem die Jugendsinnen, dass man damals die Spieleverpackung weggeschmissen hat. Weil wofür brauche ich Pokémon Blau, die Kartonverpackung, wenn ich einfach das Spiel haben kann? Was hat's hier gesagt? Egal, wir gehen weiter. Hier gibt's ja auch Autos. Wait echt, also via Home App? Was meinst du? Die Achievements oder die Sprachsteuerung? Die einzelnen Pokémon Original Verpackung, die ich noch habe, ist mein allererster Smaragd. Was mit der Sprachsteuerung? Ja, das ist jetzt noch nicht so toll. meine, es hat ewig lang gedauert, bis das funktioniert hat. Also quasi, es geht schon, drückst halt anstatt Tasten einzugeben, drückst auf das Mikrofon, dann sagst du Plauder Guy, dann war, dann braucht er ewig, um das zu verarbeiten, was du gerade für Buchstaben gesagt Was passiert hier gerade? Was für unnötige Dialoge sind hier gerade? Der Pokémon Sucher ist aufregend. Oder die Jugendsünden für Taschengeld Aufbesserung Spiele verkaufen? Ja. Ja, dass die Gen 4 und Gen 5 Events immer noch aufrechterhalten, die Communities echt geil. Mich würde echt interessieren, warum das mit Gen 6 und Gen 7 nicht funktioniert oder 8, 9. Weil die Events, die Daten vom Events müssen ja in den Spielen sein. Oder zumindest gibt es Leute, die die Event Pokémon haben. Also könnte man dadurch die Events simulieren. Also ich denke mir, dass es gehen muss. Ich kann mir nur vorstellen, entweder ist es zu schwer, es ist halt immer wahrscheinlich so ein Mischmasch aus Lohnt sich der Aufwand? Hat jemand Bock das zu machen? Und so weiter. Demon King, du bist ein Libiskus. So was das? Was müssen wir hier machen? Bild machen? R Der Pokémon Sucher wurde aktiviert. Was ist das für ein Pokémon? Oh mein Gott, ich kann sogar mich so bewegen. Oh wow! Kann ich zoomen? Ich will zoomen. Was ist das? Ah, das kann ich ausmachen. Kann ich nicht zoomen? So kacke, was ist das für eine Kamera rot haben? Gefällt mir. Was ist das? Können wir zurück? Das heißt, der Pokémon Sucher ist eine Kamera. Die Bedienung ist schwierig. Oh, ich bin mir sicher, die Bedienung hast du ganz schnell raus. Passive Aggressive Possive Toxicity hier. Oh mein Gott. Da können wir weiter Halloumi City. Zoom kommt nach Erreichen der ersten Challenge. Das ist ja fast so wie man in Schwert und Schild ein Item finden muss, das irgendwo wo man nicht drauf kommt, dass man mit diesem einen NPC reden muss, um Ohrstöpsel zu kriegen, Ohrstöpsel, mit denen man die Lautstärke vom Spiel einstellen kann. Das war so geil, Schwert und Schild, ey. Rede zufällig mit diesem NPC, damit du die Lautstärke vor deinem Spiel einstellen kannst. Linsen-Etui? Oh, es gibt verschiedene Linsen. Talie ist einer meiner Hass-Charaktere. Aber warum? Der ist doch so nett. Und weiter geht's. Darunter. Können wir schon Taurus benutzen? Nein. Maybe hat der 3DS eine bestimmte Verschlüsselung, die ist verhindert. Es kann sein, dass die Events nicht auf dem Spiel drauf sind, sondern sie wirklich immer nur vom Internet drauf geschickt werden und somit sobald das Event vorbei ist, ist es natürlich weg. Weil es nie aufs Spiel programmiert wurde. Aber was ich meine, trotzdem könnte man, ich habe zum Beispiel jetzt eben dieses Volverock, ich meine, es hat sehr viel mit Cheat natürlich zu tun, aber ich habe jetzt dieses Volverock, ich könnte dem Volverock jetzt die OT wegnehmen und halt irgendwie dieses Volverock auf eine Cartridge packen, auf einen Online-Server packen und Leute können auf diesen Online-Server zugreifen und sich dieses Volverock runterladen. Das ist natürlich, du simulierst das halt komplett. Du nimmst nicht mehr das Original-Event, weil das kann man anscheinend nicht anzapfen, sondern du kreierst das Event, aber mit exakt den Pokémon, wie sie wären, wenn sie original wären. Ich glaube, sowas würde schon gehen, aber ich glaube, das Interesse besteht halt nicht, wenn es nicht 100% original ist. Ich weiß es nicht. Ist möglich, aber schwerer. Es kann doch nicht schwerer sein als der DNS-Clitch. Ach, egal. Auf jeden Fall geht's nicht. Es ist anders. Zwischen 0 und 1 Uhr nachts wird die Event-Datenbank bei Pokémon aktualisiert. Wenn ein Event-Auflauf und so weiter ist, lädt die Switch eine B-Cut-Datei runter, fordert die direkt von Nintendo an. Die ist zeitlich meistens signiert und wird nach dem Gebrauch, glaub, wieder gelöscht. Wenn manchmal mehrere Event-Verteilungen stehen, also wähle aus, was du jetzt haben willst, sind mehrere dieser Dateien. Es ist machbar, aber eben anders. Deswegen meine ich, vergiss all das. Mir geht's darum, dass jemand könnte, ich sag nicht, dass jemand soll, weil es ist halt Arbeit, aber man könnte doch technisch gesehen das alles komplett selber kreieren. Watt ist los? Team Skull? Gott, die sind so cool. Worum geht es? Äh, zuhören, dann weißt du es. Taurus bekomme ich nach der ersten großen Prüfung. Ich glaube, ich würde Taurus, ich glaube, ich habe Taurus nie benutzt, weil das viel zu schnell ist. Stopp, hast du eben das ernst gemeint? Was? Wie du weißt, alles, was ich sage hier, meine ich tot ernst. Kennst du mich nicht? Team Skull ist gleich cool. Ja, guck sie dir doch an. Schwarz gekleidet, Totenkopf, in den Knien, Grooven zum Groove. Warum ist Baut so schwach? Warum haben die dauernd Pokémon die schlecht, also wo Baut schlechter ging es? Ich dachte, das ist ein Babyspiel. Wir reden ja auch gar nicht von der Switch Twitnik, sondern von Gen 6 und Gen 7. Dass es jetzt auf der Switch sehr schwierig ist und ein mitgemordeter Switch dann funktioniert, ist klar. Das war das, ich machen sollte, weil die wahrscheinlich das alles überwachen, natürlich. Aber so wie ich in Gen 4 und Gen 5 einen privaten Server anzapfe, könnte ich doch einen privaten Server auch anzapfen für Gen 6 und Gen 7 auf dem Event-Pokémon verteilt werden. Die das Geheimgeschehen triggern. Grokel. Zu spät eingeschaltet? Das stimmt nicht. Du bist seit Anfang an hier und hast schon am Anfang gefragt, um was geht's. Aber ist doch okay, um was geht's? Es geht um nicht viel. Es geht hier ständig um andere Sachen. Wenn du Bock hast, hier zu sein, dann sei hier. Aber ich kann dir nicht sagen, um was es geht, wenn wir über 5 Sachen gleichzeitig reden. Wie immer. Nintendo, da haben wir ja Sicherheit eingebaut bezüglich Internet. Ja, 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 ja. Ich hab Vorbereitung abgeschlossen. Elima. Was auch schade ist, dass es nie mehr so kleine, richtige Storys gab zu Event-Pokémon wie damals in Gen 4 und 5 noch teilweise. Naja, sie haben es jetzt das erste Mal mit Papapapamam Papapampampam. Wer ist es? Das neueste mystische Pokémon hat ja so viel Story gekriegt wie noch nie ein mystisches Pokémon. selbst Darkrai und Shaman hatten nicht so viel Story. Ich mein, wie lang ging das? Eine Stunde mindestens. Hat man, wie heißt es denn? Mono, Momo, Infamomo. Infamomo-Story war eine Stunde lang. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Story für ein mystisches bekommen. Auch wenn die Story super lächerlich und seltsam war, es war schon cool, dass es überhaupt was gab. mir ist jetzt auch erst klar geworden, dass man für ein Gen 5 Zorua ein Event-Selebi aus Gen 4 braucht, sonst gibt es nur in Gen 5 das N-Zorua. Das weiß ich noch gar nicht. Wie? Echt? Aber was spricht gegen das N-Zorua? Es steht da O-T-N. Man könnte es aber trotzdem brüten. Zorua kann man ja brüten. Also man könnte das zu einem normalen Zorua machen. Das hat die N-O-T. Okay, aber die N-O-T könnte man ja noch wegkriegen. Die kann man ja wegbrüten. Aber guter Punkt. Also das hätte ich bestimmt jetzt noch rausgefunden. Aber ja, sagt solche Sachen. Das ist interessant. Das heißt, um direkt ein normales Zorua zu kriegen, braucht man ein Event-Selebi? Ernsthaft? Okay, ich sollte vielleicht nicht immer Bolborg einsetzen. Man entwickelt sich Marbula. Das ist doch bestimmt so auf Level 10 oder so. Aber die sind viel zu schlecht. Das ist aber äh. Perpeg los! Seit ich habe deine Videos gestoßen, bin ich die ganze Zeit, wenn ich Jens vervollständige, darüber am nachdenken, was ich wofür brauche. und das ist der Spaß daran, oder? Stop! Ich finde es eher schade, dass man heute Event-Pokémon einfach so bekommt. Cooler wäre lokal eine Nintendo-Aktion oder sowas wie mit dem Wettbewerb mit den Galar-Vögeln. Aber die Galar-Vögel-Sachen sind noch nicht so lange her. Ich meine, was ist seitdem passiert? seitdem die Galar-Vögel verteilt wurden, was, ja, das war tatsächlich kompliziert. Da musste man im richtigen Zeitraum und so kämpfen und so. Das war, das war cool. Und auch echt besonders. Aber seitdem haben wir was bekommen als Events. Infamomo, das war ein cooles Event. Das ist eine eine Stunde Story. Äh. Was denn noch? Es ist eher schade, dass es irgendwie in Kamezin und Popo sind es bisher so gut wie gar keine gewesen, die es überhaupt gab. Außer Standard-Verteilungen von irgendwelchen Anime-Anspielungen oder so. Was haben nicht viele, weil manche eben nicht am Wettbewerb mitgemacht haben? Ja. Aber es war nicht schwer. das Einzige, was einen darin gehindert hat, ist, dass man nicht Bescheid wusste. Ich weiß nicht, ob man Nintendo Online gebraucht hat. Ich glaube sogar nicht. Um online einfach am Wettbewerb teilzunehmen, braucht man dafür Nintendo Online? Ich glaube nicht, sondern nur um mit anderen zusammen zu spielen. Dafür braucht man immer Nintendo Online. Oder braucht man selbst für Ranglistenspiele VGC. Braucht man dafür Nintendo Online. Ich hätte halt echt den Kampf verloren, wenn ich meine Tausch-Pokémon nicht dabei hätte. Das Zeraora Raid Event, das war eins der geilsten, ja. Und das Mew2 Mew Event in Kamsin und Popo war auch verdammt geil. Zacken schwer. Die Belohnung war cool mit Mew und dem Abzeichen und so. Wo geht's lang? Kann ich die Karte größer machen? Wo ist die Karte? Kann ich hier? Das ist der Pokédex. Okay, kann ich irgendwie die Karte rauszoomen? Nee, oder? Okay, einfach rumlaufen und gucken, wo der Punkt ist. Im Cabo kann man ja Koop spielen. Kann ich offline auch Koop in ein Raid? Offline Koop in ein Raid. Hier Ja, wenn du also offline heißt ja das offline Koop wäre ja wenn du Leute tatsächlich neben dir im Raum stehen hast. Lokal. Dann ja. Du kannst natürlich nicht offline mit anderen ein Raid machen. Du kannst offline den Raid alleine machen. Oder mit Leuten, die physisch neben dir stehen. Du kannst auch Raiden, wenn du das meinst. Du meinst, ob du offline Raiden kannst. Selbstverständlich. Bist halt alleine. Aber es macht nichts. Es ist einfach. Gehen wir weiter? Wir gehen weiter. Haros. Das kannst du machen, Twitnik, solange du zwei verschiedene Spiele spielst. Das gleiche Spiel kannst du ja nicht öffnen. Also auch das geht, aber das ist dann nicht so leicht. Von wegen im einen bist du offline, immer online, aber beide offline. Egal, auf jeden Fall ja, natürlich das geht. Also im einen bist du zum Beispiel in Kamsin und im anderen in Purpur und dann hast zusammen ein Raid. Natürlich. Was ist jetzt hier? Da steht nichts von Streicheln. Doch, der DNS-Glitch hat nichts mit Online-Services zu tun, Hannes. Natürlich geht der noch. Der DNS-Glitch Glitch. Diese Server sind private Server, die haben nichts mit Nintendo zu tun. Also vermute ich, ich kann es dir nicht versprechen, aber es wäre sehr unlogisch, würde ich sagen. Scheiße. Ah, da sind zum ersten Mal diese Schatten in den Gräsern. Soll ich? Ja, die kommen sogar auf einen zu, ich dachte, die hauen ab. Du hättest, du würdest gerne in Hisui alle Elite-Pokémon fangen. Achso, aber nur die Hisui-Pokémon. Mal gucken, geht das? Ich glaube schon, weil jedes Elite-Mon, jedes Elite-Mon gibt, also jedes Pokémon gibt es als Elite. Also solltest du auch jedes Hisui. Das ist eine gute Idee, vielleicht mache ich das auch, wenn ich bei Hisui angekommen bin. Weil es sind nicht so viele und es sind keine, solange es keine Verzerrung-Mons sind, ist es nicht schwer. Ich glaube, es gibt fünf hier bis Größen, by the way. Genau, deswegen liebe ich die Origin-Decks-Challenge oder allgemein. Ich meine, es ist ja allgemein gesagt, du fängst jedes Pokémon in jeder Gen. Da gibt es super coole Sachen, wie zum Beispiel halt rauszufinden, hey, das mit Eneko, nehmen wir Eneko mit dem anderen Geschlecht, um die anderen Geschlechter zu finden, wie zum Beispiel Eurelikant. Erebus hat verschiedene Formen, die kleinste ist ein Prozent, die größte ist ein Prozent, wie finde ich die? Ach ja, das kleinste oder das größte hat ein höheres Level, also nehme ich ein Pokémon mit, mache Schutz an und so weiter, ja. Das sind dann so die Taktiken und deswegen ist Pokémon so cool, weil es eben, sag mir ein anderes Spiel, wo es so Taktiken in so einem System gibt, was 25 Jahre existiert, das ist verrückt. S, M, L und X, X, L? Nur vier? Ich glaube, ich verchecke es, weil in der Übersicht wird es immer als fünf aufgelistet, aber das M, also das Normale, ist halt immer doppelt, einmal normal und einmal bei der Form drin. Aber ja, vier. Gibt es nicht XS? Ich dachte, es gibt noch XS, ganz klein. Was ist dein Lieblingsgen? Die, die, die 23. Was sind diese Dinger hier? Achso, das sind Herrscher-Sticker. Der erste Herrscher ist, glaube ich, ist der erste Herrscher schon Wishiwashi? Wishiwashi ist Englisch, äh, Lusardin. Lusardin ist der zweite. Okay, dann rate ich, der erste ist, der erste ist, der erste Herrscher, was wäre denn so, der erste Herrscher? Es muss ein Alola-Pokémon sein, oder? Marbula wäre zu langweilig. Es gibt so viele. Ist es, gucken, ist es, ist es Maguspektor oder sowas? Ha, ist es? Was für ein toller Herrscher. Jedes wird schwer wegen Uhrzeit, die Alga und Palkia, die zählen ja nicht. Warum brauche ich die, brauche ich ja nicht. Sind ja keine, ist ja nicht im Pokédex, ist ja nicht in Home. Mann, Mann, der ist richtig am chillen. Mann, der ist richtig genervt. So, Mann, ich muss die ganze Zeit Menschen tragen. Hier gehen wir wieder. Ich sollte mich mal heilen. Die sind so cool. Er ist die modernen, Mann. 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 Wird Team Skull in das schlechteste Team, in das schlechteste Rüpel-Team eingehen? Ich mag ja Team Yell. Ich habe nichts gegen Team Yell. Team Star war auch schon dumm, aber die Backstory von Team Star war okay. War die emotionalste bisher, würde ich sagen. Ey, Volverock, voll am MVP'n, Skull ist schon echt schlecht. Was gibt's denn Gutes zu trinken bei dir? Wasser. Hallo Katetsu. Mein Bro redet, der hat sogar die Sagen Bro. Team Yell sind wenigstens eindeutig, da kann man nachvollziehen, dass das Uhrensöhne sind. Weil das sind Hooligans. Hooligans. Jetzt aber wirklich zur Prüfung. Okay, ich will ja. Ich dachte wir haben schon eine Prüfung gemacht. Ah ne, Prüfung ist Rätsel. Okay, wo ist Pokémon Center? Okay, das ist so ein Witz hier mit den Trainern. Bärenfelder. Bärenfelder. Achja, man kann ja diese Bären da aufsammeln. Braucht ihr unbedingt? Barstjob. Irgendwas zu beachten wegen den anderen Gens muss ich nicht, oder? Ich glaube nicht, ich bin auch die ganze Zeit über dem Legen. Nur das Wuffels ist halt ein Problem. Wenn du kein Wuffels mit Tempomacher hast, dann wirst du nie eins kriegen. Du hast nur bis zum 8. April die Möglichkeit, dass irgendjemand dir ein Wuffels mit Tempomacher schenkt. Aber nach dem April kannst du dir nicht mal mehr jemanden schenken. Alle anderen Pokémon kannst du dir fangen. Glaube ich. Außer wir vergessen irgendwas. Ich kann jedem Trainer aus dem Weg gehen, was ist das? Alle stabile. Stabile. Der stabile Stabilo. Die Grafik hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Anti-Aliasing ist schrecklich. Weil der 3DS hat was für eine Auflösung? 320p. Und ich strecke das halt grad ziemlich groß. Deswegen, wenn wir wirklich mit Gen 7 anfangen, überlege ich mir das auf dem Emulator zu spielen. Und dann kann ich mir den Save hier immer noch zurück auf den 3DS übertragen. Einfach damit wir hier ein schöneres Bild haben. Weil das tut schon weh. Das ist schon, also ich kann Tali nicht mal seine wunderschönen Augen entdecken. Das Pokémon Home Magiana könnte problematisch werden, wenn man es schon benannt hat. Weil man dann, bekommt man kein zweites. Korrekt. So wie ich. Ich habe meinen Magiana abgeholt und damals hat es mich so gefreut, weil es ja ein Zeichen dafür ist, dass man den Living Decks voll hat. Und dann habe ich es Booyah genannt. Booyah. So aus Freude. Was mich damals nicht gestört hat. Heute stört es mich, weil ich brauche ein Magiana, das Magiana heißt und nicht Booyah. Das hat auch noch die OT LeosMind, weil damals mein Pokémon Home aus Versehen LeosMind hieß. Deswegen waren auch gestern all die Pokémon Go Shinies, die ich verschenkt habe, heißen alle LeosMind. Was heute nicht mehr so ist. Das heißt, ich werde es machen müssen. Aber ich glaube, es geht trotzdem, weil du solltest eigentlich nur einen neuen Home-Account machen. Einmal kurz den Monatspreis zahlen, machst einen neuen Home-Account, lädst alle Living Decks Pokémon rüber, kriegst dann dort ein Magiana und dann hast du eins. Also es sollte gehen. Vor allem, wenn man zwei Switches hat wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich geht es auch mit einer Switch. Ich weiß gerade gar nicht. Was willst du? Rotomat. Okay. Ist das der Rotomat? Meint der die Lotterie oder so? Wo ist hier der Rotomat? Welcher Rotomat? Ach der Rotomat? Pokémon Supermarkt? Nein. Hä? Was willst du von mir? Rotom lässt sich wirklich den Rotomat ausprobieren? Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Was denn für ein Rotomat? Touchpad? Touchpad. Ich drück! Oh. Das ist ne Karte. Klick Rotoms Augen. Oh. Ach hier ist tatsächlich so ne Lotterie. Okay. Hoch. Hoch. Im Vergleich zur dritten Gen sind die Pixel Grafiken der anderen Gens echt übel irgendwie. Ich hab Gen 5 eigentlich echt schön im Kopf. Wir werden's sehen. Am Montag machen wir Gen 5. Wir fangen an. Aber ich hab's eigentlich gut in Erinnerung wie Gen 5 aussieht. Gen 6 ist dann wieder schlecht. Weil sie da angefangen haben mit 3D. Gen 5 hat auch schon ein bisschen 3D. Aber so gut wie gar nicht. Okay. Was ist die Prüfung? Wir müssen lesen. Braucht man für Magianer auch Zaraora? Du brauchst alles. Für Magianer musst du... Ich weiß halt nicht. Ob du heute alle brauchst für Magianer zu kriegen. Ich glaube nicht. Ich glaube du brauchst alle inklusive Gen 7. Oder Magianer gab's... Also Pokéball Magianer gibt's vor Gen 8 glaube ich. Weil Pokémon Home kam vor Gen 8 raus. Ich weiß nicht. Vielleicht brauchst du Gen 8. Ich glaube nicht, dass du alle Gen 9 Mons brauchst. Aber doch. Du brauchst jedes einzelne Pokémon in Pokémon Home, damit du Magianer kriegst. Auch Zaraora, auch vielleicht Infamomo. Ich glaube aber nicht. Bis Gen 8. Also Saru zum Beispiel. Wobei Sarut wahrscheinlich zählt nicht, weil es kam viel später. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es sich jede Gen aktualisiert. Oh. Wir haben hier Stabilo und du bist ein vierarmiges Monster. Okay. Aufgabe steht auf folgenden. Ich muss... Mangunios finden. Besiege drei Pokémon, die sich in ihren Nisthöhlen verstecken. Das Wald, das geschafft ist, dringst du ins Innerste der Höhle vorn und nimmst dir dort den Z-Kristall aus dem Sockel. Was? Ja, der Schüsse zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinen Pokémon. Ich habe gelesen, aber nicht gelesen. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon, zudem lebt an diesem Ort noch ein besonderer starker Pokémon. So ein sogenannter Herrscher. Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Achja, und noch etwas hätte ich doch glatt vergessen. Pokémon darfst du hier nicht nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Okay, 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 okay. Ich habe... Ich glaube der erste Satz war, was ich machen soll und den habe ich nicht gelesen. Ich kann ja nicht einfach dieses Ash geben, das wäre irgendwie unfair, oder? Warum solltest du dieses Ash bekommen? Es hat aber auch gar nicht deine OT. Warum willst du das? Was bringt dir ein Ash-Kwajutsu ohne deine OT? Du hast nichts davon. Kann ich nicht... Kann ich vor denen weglaufen? Okay, nein. Ich komme so oder so nicht an Eis mit meiner OT. Okay. So schwer ist das nicht. Wenn du ein 3DS hast, kannst du dir heute noch in einer Stunde ein Ash-Kwajutsu holen. Wenn du kein 3DS hast, dann wird es natürlich schwierig. Aber du brauchst nur ein 3DS, dann kannst du dir das holen. Shrik, du bist ein Horn-Liu. Okay, ich muss noch zwei Pokémon besiegen. Aha. Ich glaube, ich verstehe, was ich machen muss. Der schwarze Weiße empfiehlt sich alle Geschenke direkt zu holen, macht das Durchspielen deutlich leichter. Deshalb habe ich mich auch gefragt, ob ich das machen soll. Aber ich glaube, ich mache es mir nicht extra einfacher. Ich will ja das gleiche Erlebnis von damals haben. Ich will es mir ja nicht einfacher machen, sonst könnte ich auch jedes Mal einfach Pokémon übertragen vom Spieldurchgang davor und sie halt super stark machen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe jede Gen neu angefangen, ohne Pokémon von davor zu übernehmen. Wenn du deinen 3DS moddest, kannst du die Demo einfach runterladen. Ist sowieso umsonst. und dann kannst du die Demo spielen. Sag mal, was ist da das System? Muss ich einfach warten? Gerade war das da. Kann ich hier durch? Verbiegel ist ja hilfreich. Verbiegel ist ja hilfreich. Ja, wenn ich in Gen 5 einen Verbiegel fangen kann, dann nehme ich das. Aber ich nehme keinen Verbiegel aus Gen 4 zum Beispiel. Warum kommt es da? Muss ich einfach warten? Warum? Weil es passiert. Ach, die Demo kriegt man noch? Nice to know. Wenn du deinen DS moddest, kriegst du alles. Verbiegel ist halt sehr hilfreich, meine als Geschenk. Ja eben, aber ich will es mir nicht einfacher machen, indem ich einen DNS Glitch anwende. Ich will doch Gen 5 so spielen, wie es damals rausgekommen ist. Ich will es mir nicht einfacher machen. Ich will es mir eher gesagt sogar schwerer machen, weswegen ich ja alle Gen 5 Pokémon mit versteckter Fähigkeit fangen werde. Im Gegenteil, ich will es mir doch immer schwerer machen. Kalim, du bist ein Pupanze, Pupanze. Mal ein guter Reminder, mein Ash-Kwajutsu von Gen 9 wieder runterzuziehen auf Home. Warum? Lass doch auf Gen 9. Aber in Gen 9 bringt es ja erst recht nichts, weil Freundschaftsakt nicht die Form ändert. Ich glaube, in Gen 8 ändert es auch nicht die Form. Wobei Kwajutsu gibt es gar nicht in Gen 8. Das ist der Punkt. Willst du das wirklich durchziehen? Ja, denn es ist nicht so schwer, wie ihr denkt. So wie ich das bisher gesehen habe. Ich bin gerade dabei, alle Pokémon als Alpha zu sammeln. Vielleicht auch noch eine Idee für dich? Nö. Das ist, finde ich, langweilig. Viel zu viele. Viele langweilige. Warum kommt ihr jetzt wieder? Und warum haben die so schreckliche Augen? Hä? Warum kommt ihr jetzt wieder? Hä? Jetzt stehen die da oben. Kann ich jetzt nicht einfach das da vielleicht triggern und dann kommt es raus und tötet mit seiner Frisur den... Spektor. Okay. Es kann nicht... Ach so, jetzt stehen die da oben und deswegen kann der Spektor da nicht hoch und deswegen kommt er hier raus. Okay. Okay. Bautz. Auf Wiedersehen. So leicht ist Gen 7 gar nicht. Ich meine, ich mache so gut wie keine Kämpfe und ich bin super unterlevelt. Aber ich habe erwartet, dass ich hier einfach durchlaufe die ganze Zeit mit Bautz. Aber wahrscheinlich, wenn man jeden Kampf macht, dann läuft man durch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Ash-Kwajutsu hat immer Ash-OT. Ach stimmt, es sollte immer Ash-OT haben. Du hast vollkommen recht. Ich dachte, ich habe mich... Ich dachte, ich erinnere mich dran, dass wir gestern das Ash-Kwajutsu angeschaut haben. Das stand an die. Ach ne, da steht wahrscheinlich Ash. Züchten geht leider auch nicht. Was? Ash-Kwajutsu kann man nicht züchten, nö. Das verliert dann glaube ich... Ich meine, es ist kein Ash-Kwajutsu mehr dann, weil es dann nicht mehr die OT Ash hat. Aber ich weiß nicht, schlüpft aus dem Ei dann einfach nicht die Fähigkeit? Oder kann man es erst gar nicht brüten? Ich weiß nicht, was von den beiden Sachen passiert. Hallo Pyro. Usum hat auch eine Stelle, die zur schwersten Stelle des ganzen Franchises gehört. Hör mir auf. Ich hier reingucken. Tatsächlich. Hat das Nachteil in den DS zu modden? Nope. Du kommst halt ins Gefängnis, wenn man dich erwischt dabei. Nein, das hat keine Nachteile. Du kannst immer noch online gehen, was bald sowieso nicht mehr geht. Du hast nur Vorteile, denn du hast alle Freiheiten der Welt. Das Ash-Kwajutsu ist zuchtunfähig. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es anders ist. Warum sollte eine Fähigkeit nicht übernommen werden? Tempomacher wird ja auch einfach übernommen. Es wäre komisch, wenn Freundschaftsakt dann einfach nicht an dem Pokémon dran ist. Wobei, man hätte schon argumentieren können, von wegen Ash-Kwajutsu, wenn du es brütest, ist es nicht mehr OT-Ash. Also hat es auch keinen Freundschaftsakt mehr, weil es nur den Freundschaftsakt zu Ash hat. Also sie hätten auch einfach die Fähigkeit wegnehmen können. Heißt die Demo dann einfach Pokémon-Moon-Demo? Ja, wahrscheinlich Sun- und Moon-Demo. Sonne-Mond-Demo. Sollts schon auf Deutsch gehen. Wann darfst du meine Kaution bezahlen? Sind wir in GTA? Warum ist Mangunion noch am Leben? Seraora und Marshadow haben ja auch, weil es die in Gen-7 nur als Event gab, eine feste OT und Jubelball? Ja. Das ist das Schöne daran, dass wir können sie zwar nicht haben, also heute nicht mehr bekommen. Aber wenn du sie von jemand anderem geschenkt kriegst, äh, besser geht's nicht. Weil die OT hatte sowieso nie deine OT. Ist ja das Schöne daran. Wieso, jetzt habe ich doch genug besiegt. Oder wollen die, dass ich einen Mango-Spektor besiege? Aber die stehen da beide davor. Okay, ich geh mal zum Ausgang. Okay. Und diese Prüfungen werden nerviger, komplizierter. Ich habe bisher aber nur zwei Teile gefunden, das können doch nicht alle gewesen sein. OZ-Kristall gibt's hier. Für Bouts. Wär ein bisschen früh, oder? Wie's die Hände hinten hat. Wie's die Hände hinten hat. Wie's die Hände hinten hat. Okay. In 2008? Okay, dann habe ich das nicht. Nice! Moment, kann man das fangen? Ich meine, es sind besondere Pokémon. Ich sollte die fangen. Aber jemand hat das überprüft für mich. Kann man nicht fangen. Okay. Okay. Aber man kann sie irgendwann fangen. Das ist verschwunden. Okay. Später. Okay. Weil, die sind, die gelten ja als Herrscher-Pokémon. Und ich habe mich ja bei dem einen, bei dem Zeichen-Video, was ich gemacht habe. Oder Titel-Video. Habe ich mich ja gefragt, ob wenn man die Pokémon überträgt, bis auf Gen 9 hoch, ob sie das, ob sie den Herrscher-Titel dann haben. Haben sie aber nicht. Das hat jemand überprüft. Haben sie leider nicht. Obwohl sie als Herrscher-Pokémon betitelt sind. Es wäre cool gewesen, wenn die ein Herrscher-Abzeichen haben aus Gen 7. Ich glaube, die werde ich auch alle einmal im Pokéball fangen. Herrscher kriegst du nicht auf Home. Genau das war das Problem. Stimmt, das war das Problem. Also vielleicht haben sie schon ein Titan-Abzeichen. Wir werden es noch nie wissen. Aber warum kriegt man die nicht auf Home? Meine Güte. Cringe. Die Herrscher aus den normalen Gen 7-Spielen schon. Achso. Das heißt, wenn ich jetzt Sonne und Mond spiele, könnte ich Mango Spector schon übertragen. Jetzt weiß ich gerade jetzt nicht, ob derjenige, der das überprüft hat, gesagt hat, geht nicht, weil nicht übertragbar. Oder geht nicht. Ich habe es übertragen und hat nicht das Abzeichen. Weil es lustig ist halt, wenn man in Poké-WG auf das Herrscher-Abzeichen draufklickt, werden alle Herrscher aufgelistet, inklusive den Herrschern aus Gen 7. Das heißt, ich müsste, ich müsste mal gucken, ob Gen 7, wo ich in meinen anderen Gen 7-Spielen einen Herrscher habe und die mal übertragen, ob es geht. In Sonne und Mond war, glaube ich, Alola Radikal der Herrscher. Ah. Die in Ultra-Sonne und Ultra-Mond eingeführt wurden. Mond ist Radikal, Sonne ist Mango Spector. Okay. Was haben die gesagt? Oh Gott, es sind ja überall welche. Oh, die Animation mit den Steinen. Gibt es hier auch so einen Button wie in HeartGold, SoulSilver, dass man immer läuft? Ich muss, glaube ich, B gedrückt halten, ja. Das war in HGSS echt cool. Da ist Gen 5, oder? FM ist Gen 5. Ist FM Gen 5? Oder Gen 6? Ist doch nicht Gen 7. Ist es Gen 7? Warte mal. Hätte ich es fangen sollen? Ist es 6? Okay. Weil 7 hat so wenige neue gekriegt. Und ich finde 7 erkennt man auch ganz gut daran, dass sie wirklich... Die meisten sehen sehr tropisch aus. Wie der zum Beispiel. Moment, das könnte ich fahren. Wenn es drin bleibt, habe ich überhaupt noch Bälle. Du ziehst seit 21 Jahren deinen Logok mit? Das ist cool. Oh Gott, der hat gerade versucht, welche zu rufen, oder? Andere. Hier sind noch so Schwärme. Oder Quereinsteiger heißen die, glaube ich. War das überhaupt männlich? Ich habe noch gar nicht aufs Geschlecht geachtet. War weiblich? Verdammt. Naja. Ist es hier schon mit Critical Catch so, dass wenn man Pokémon registriert hat, ich glaube das war in Gen 9 zum ersten Mal, dass der kritische Treffer sich erhöht oder der kritische Catch sich erhöht, wenn man es registriert hat. Ah, und Gastella kriegt man nur als Quereinsteiger. We did it! Wie heißt er nochmal? Zum ersten Mal Gen 9. Elima! Wie und das ist quasi jetzt die Arena gewesen? Ich habe gegen sie gekämpft, dann gab es eine Arena Prüfung und jetzt kriege ich einen Orden. Oder ist der Orden quasi der Z-Kristall? Ja? Blöd. Ich meine, wir hatten Kämpfe, aber es ist halt nicht dieses, oh der krasseste steht jetzt vor uns. Z-Kristall ist basically Orden, aber man kriegt so viele Z-Kristalle. Komisch, komisch. Voll das schöne Standardsystem aufgebrochen. Und für wen ist jetzt der Z-Kristall gewesen? Wahrscheinlich doch nicht für meinen Baut, oder? Gibt es auch viele, ne? Gibt es auch viele, ne? Z-Kristalle sind auf das Pokémon bezogen. Ich habe Z-Angriffe nie wirklich, also nie wirklich gemacht. Ich weiß, dass es die gibt, aber... Ich meine, das heißt, es gibt so viele Kristalle wie Typen und dann röste ich, also gebe ich, ich gebe doch dem Z-Kristall den Pokémon, oder? Das sieht ja dumm aus. Das heißt, ich gebe Wuffels ein Normalium-Kristall und dann kann es diese normale, krasse Attacke. Ich meine, die sind auch für Pokémon. Okay. Ich dachte, mein Baut, also Sylvaro hat einen eigenen Z-Kristall, dachte ich. Um diese krasse Phantom-Pfeile, glaube ich, hieß es, Phantom-Pfeile machen zu können. Für jeden Typen und dann noch spezielle für bestimmte Pokémon. Okay. Wenn es eine Attacke vom Typ Normal hat, dann ja. Interesting. Wir ziehen weiter. So, der bewegt sich. Kann ich an dem vorbei? Ah! Das geht. Das ist so einfach. Uhlala. Was fliegt da? Oh Gott, das greift mich da an. Ah! Was? Okay, der wollte gar nicht. Und fertig. Nice. Okay, okay, warte, wir müssen zurück. 18 Basic-Kristalle und 17 spezifische. Die Z-Attacke muss auf den Attacken-Typen passen. Okay, das heißt, jedes Pokémon hat eine Z-Attacke. Oder mehrere sogar, weil Wuppels hatte, glaube ich, gerade zwei. Und wenn ich den Normal-Kristall auswähle, dann kriegt das quasi die normale Z-Attacke, wird dann freigeschalten. Genau. Uh. Jetzt muss ich dein Universum holen. Und jetzt erklärt mir Rotom EP-Bonds. deine Pokémon erhalten. Was? Warum erhalte ich jetzt mehr? Einfach so? Am schönsten sind die individuellen Kristalle. Ist der Lustigste nicht dieses der für Relaxo? Ich glaube, es gibt ein Event-Relaxo, dass diese krasse Z-Attacke kann mit diesem Loslaufen, wo es auf einmal ganz fit wird und dann losläuft. Auf Zeit gibt's mehr XP. So, war das jetzt aber nicht da unten? Hier war das doch. Ja. Hallo, Rubin. Zwinkel-Tackle. Also der Feen-Move ist so dumm animiert. Ich glaube, den meine ich ja. Ich habe gestern Nacht ein bisschen Entei resettet. Ich bin jetzt bei exakt 4000 Resets. Je nachdem, wie schnell das hier geht, gehen wir heute noch auf 4096. Und dann sind wir offiziell bei den halben Odds. Was dafür sorgt, dass ich jetzt ungeduldig werde. Pork. Okay, Quaff-Waff. Vertreib. Hä? Ich bin, ich bin genauso stark. Hat Quaff-Waff so eine riesige Verteidigung? Hä? Na dann. Kriegst du mal einen Wolvorock. Okay. Sahne-Bahne. Zane-Bang. Da habe ich erst recht keine Ahnung. Okay, Sahne-Bahne. Du hattest die Relax-Animation vergessen? Hä, das ist die beste. Als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, nein, die ist Fan-Mate. Es kann nicht sein, dass sie das ernsthaft gemacht haben. Aber sie ist echt? Ich glaube, sie ist Event. Also die gab es nicht einfach so. Die hat nicht jeder. Hallo, Panther-Panther-Love-Panther-Luv. Was? Nein, Rasierblatt! Ja, ich will Rasierblatt lernen, bitte. Wie es eigentlich Blatt wäre? Kann ich mir das nochmal anschauen hier? Stärke 40. Genauigkeit 100. Rasierblatt ist... Stärke 55, Genauigkeit 95. Hohe Volltrefferquote. Ja, ich brauche eh keinen Heuler. Der A-Woling-Move ist nice. Den habe ich nicht vor Augen. Hattest du dein Glück und hast wirklich ein Feuerrot-Shiny-Glumander gekriegt? Jaula. Das ist schon. Bisher noch nicht so viele Gen-7-Pokémon in der Story. Mangospector, Pepec und Marbula. Und halt Kapuriki und... ...Kosmoboom. Kosmog. ...Kosmog. das verstehe ich schwarz weder das mit den geschlechtern ich verstehe auch wenn einem das egal ist aber mir geht es nicht darum wie sie aussehen mir geht es wirklich darum dass wenn ich durch mein home pokédex durchscrolle dass so wenig wie möglich sich verändert rothe bleibt gleich pokéball bleibt gleich geschlechtszeichen bleibt auch gleich wenn ich so durchgehen und wenn es die ganze zeit springt ist es halt ein faktor mehr der unordentlich ist ok lass uns gehen ultrasonne oder mond das sonne wann dann also bald dann auch mit alle derselben trainer id ja zum einen ist es halt klar es wäre ordnung aber es wäre auch unlogisch ich mag ja zum beispiel dass ich vier deoxys habe die haben aber alle unterschiedliche ot warum man daran sieht dass ich viermal smaragd gespielt habe hätten die alle die gleiche ot heißt dass ich habe einfach schnell viermal hintereinander mir deoxys geholt deswegen vier verschiedene ots oder halt hier und da verschiedene ots oder die ots in gen 1 von denen die man nur tauschen kann es gab ja nur tausch pokémon in gen 1 panty muss und sowas heißt halt auch wieder dieses jahr so war das tag damals und legit müsste ich halt jedes mal wenn ich eine neue gen anfange erst mal so lange resetten bis ich die gleiche ot kriege nein danke wie ist bis jetzt das urteil zu usum ich cringe halt nicht so hart weil ich die texte nicht lese aber ich glaube wenn ich die texte lesen würde würde ich die ganze zeit nur im kopf schütteln keine ahnung ich kann nicht groß urteilen weil ich spiel es ja kaum ich renne ja durch fm übrigens sollte ich den die textgeschwindigkeit noch hochsteigen glaube ich das kann nicht gut sein auch hier warum warum hat er nicht nur gen 7 pokémon warum hat jetzt ein fm es gibt zu wenige gen 7 wahrscheinlich das wirst du auch noch mal haben mit sigard das musst du auch vier mal holen ah war das nicht der grund warum ich alle vier spielen muss sonne mond wegen sigard ohne besondere fähigkeit und dann ultra sonne ultramond wegen sigard mit besonderer fähigkeit an jedes war andersrum xy war normal ist sigard ultra sonne ultramond war besonderes sigard vergesst es alles gut so 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 Warum Donnershock so schlecht? Ach, Pflanze ist elektrisch schlecht gegen Pflanzen, ne? 16, das könnte sich doch entwickeln, ich weiß nicht wie das ist bei dem. Komm, ich werde eh nicht Blatt wegmachen, oh Tackle, warum sollte ich Tackle machen? Hallo Mukashi, 17, ich finde ja bei Startern hätte sich das durchziehen sollen. Pflanze bei 16, die anderen beiden immer auf 18, aber nein, sie machen es so random immer. Wo ist die Tradition hin? Coole Pokémon, ja jede Gen hat gute Pokémon finde ich, es gibt keine Gen, die nur schlechte hat. Jede Gen hat sehr viele gute, manche langweilige, manche seltsame, manche Gegenstände. Don Herbivore, Dankeschön, hallo. Will der jetzt mit mir kämpfen? Nein. Du hast endlich zwei männliche Pummelus. Hat ja nur drei Tage gedauert. Ich glaube bei mir hat es auch drei Tage gedauert, also ich habe auch lange gesucht. Geh, geh. Immer weiter, immer weiter. Bei mindestens 100 Stück pro Gen wäre es schon eine Kunst alle zu verkacken. Vergessen von was wir reden. Ich muss nach links, oder? Hey, bin ich jetzt wieder am Anfang? Gute Pokémon Gen 5. Gen 5 hat ausschließlich gute Pokémon. Die besten Pokémon kommen aus Gen 5. Lichtl. Pam Pam. Und wenn Pam Pam ist Gen 7, oder? Egal. Ravigator. Gen 5 hat nur gute Pokémon. Die Affen, Sesokids, hä, die sind alle super cool, legendär. Kann ich denn Sigard, nehmen wir an, ich sammle alle Sigard Zellen in Gen 7, kann ich damit einen Gen 6 Sigard aufleveln, also quasi vollständig machen. Ja? Nein, sag nicht ja, nein, sag nicht ja, warum sagst du ja, nein, wie ernsthaft, nein, sag nicht ja, kriegst hier eh zwei, ja, aber wenn, wenn, wenn ich das aus Gen 6 nehmen kann, dann muss ich das aus Gen 6 nehmen, denn fange die Pokémon in der Gen, in der sie das erste Mal vorkam. Jetzt kann man sagen, Sigards spezielle Fähigkeit kam erst in Gen 7 vor, deswegen darf ich Sigard auch in Gen 7 fangen. Das könnte man jetzt diskutieren, ne? Muss ich Sigard in Gen 6 fangen und dann die besondere Fähigkeit in Gen 7 geben? Oder muss ich Sigard in Gen 7 fangen, weil da diese Fähigkeit zum ersten Mal vorkam? Das wäre ja tragisch, wenn ich 4 mal XY spielen müsste. Du machst ein Generationen-Lock? Was ist das? Mobai und Momfaxo kamen aber das erste Mal in Gen 3 vor, korrekt. Na ja, Scharwandel gab es erst mit Sonne und Mond. Ja, aber Sigard gibt es halt in Gen 6. Äh, was passiert hier? Mabula, Käferbiss... Fetter Fehler im Gen 4 Video, was? Von was redest du? Mobai und Momfaxo kamen das erste Mal in Gen 3 vor. Achso, jetzt höre ich dir erst zu. Nein! Mobai und Momfaxo kamen das erste Mal in Gen 4 vor, was redest du? Nächstes Makuhita, möchtest du einen Pokémon wechseln? Makuhita? Nein, natürlich nicht. Ist wie die Oxusform? Jaaa... Nee... Doch, warte, lass gleich darüber genau sinnieren, denn das ist ein Problem. Die Frage ist, was hat man lieber? Habe ich lieber, also zwei Sigards sowieso aus Gen 6, natürlich. Mit Auras, mit Aura Wandler. Aura Umkehr. Ein Hund Sigard und ein normales Sigard mit Aura Umkehr. Aus Gen 6. Äh, die anderen. Doch, aus Gen 6 mit Aura Umkehr. Genau. Weil, da kam das erste Mal Sigard vor, mit Aura Umkehr. Auch wenn es die 10% erst später dann gab, egal. Weil Aura Umkehr. Das ist das. Wobei, das ist auch wieder die Frage, ne? Ist das egal? Und dann hat man zwei, also ein Hund und ein Sigard mit der anderen Fähigkeit. Wie auch immer sie heißt. Nicht Aura Umkehr. Und da steht dann unten, und das hat dann quasi das Gen 7 Symbol und kommt aus, äh, äh, Alola. Ich glaube, so gefällt es mir am besten. Scharwandel, genau. Scharwandel. Ich glaube, so wird es mir am besten gefallen, weil diese Fähigkeit wurde halt das erste Mal in Gen 7 eingeführt. Man könnte aber trotzdem sagen, kack egal, wenn ich in der Box bin und ich bin in der Gen 6 Box, dann will ich da vier Sigards haben, die alle aus Gen 6 kommen. Diese Extremform gibt es erst mit Gen 7. Hunde? Ich weiß es. Ich weiß es. Also die Extremform, ich weiß es nicht. Die Fähigkeit gibt es auf jeden Fall erst in Gen 7, die halt diese Sachen unterscheidet. Bei Super-Effekte sind die im Carlos-Decks. Ja logisch, weil Sigard ist im Carlos-Decks. Die Cognito ist auch im Joto-Decks, obwohl Fragezeichen und Ausruhezeichen das erste Mal in Kanto vorgekommen sind. Ich würde die Trennung haben wollen. Das heißt, du hättest gerne in deiner Carlos-Box vier Sigards, zwei aus Carlos und zwei aus als Alola. Ash-Kwajutsu ist auch Gen 6. Ja ja. Klar, weil es ein Ash, weil es ein Kwajutsu ist. Alola-Alola-Reichu ist auch ein Gen 1. Weil es ein Reichu ist. Kann das 10% Starwandel haben? Ja ja, die können beide beides haben. Die Prozentsache kannst du ja die ganze Zeit einfach anpassen. Egal welches Sigard. Das sind Alola-Sigards. Sind es Alola-Sigards? Weil das Spiel lässt es zu, dass du ein Carlos-Sigard nimmst. Wobei, das weiß ich gar nicht. Wovon reden wir eigentlich? Das würde mich stören. Wenn sie nicht alle vier aus Carlos kommen. Ja. Das heißt, Aura-Umkehr gibt es nur in Carlos. Scharwandel gibt es nur in... Sind wir da uns sicher? Aber wenn ich... Aber das kann ja nicht sein, wenn ich ein... Aber nee, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass ich ein... Ein Aura-Sphären... Ne, Aura-Umwandel... Aura... Wenn ich ein Aura-Umkehr-Sigard habe aus Gen 6, kann es ja nicht sein, dass ich das in Gen 7 eine neue Fähigkeit gebe. Da geht es ja nur um die Aufladen-Sache, weil ich die ganzen Zellen sammeln kann. Ich kann erst in Gen 7 die 10% und die quasi im Kampf 100% Form anlocken. Die Fähigkeit bleibt gleich. Eben. Deswegen, ich muss zwei aus Carlos haben und zwei aus Alola. Geht ja gar nicht anders. Weil erst in Alola... Die, die man in Alola bekommt, haben Scharwandel. Oder? Oder sind die Scharwandel auch noch dumme Event-Sigards? Nee, oder? Die Sigards, die ich in Gen 7 fangen kann, haben Scharwandel. Ich weiß gar nicht, was die haben, die man in Schwert und Schild fängt. Nein, nicht direkt. Sag doch jetzt nicht nicht, was meinst du? Oh nein. Aura-Umkehr hat auch das normal gefangene Sigard. Sind Scharwandel? Aus Schwert und Schild sind Scharwandel. Ich weiß es nicht. Ja, Sigard ist der schwerste Raid. Scharwandel ab Gen 7. Du musst meiner Meinung nach das hier gefangene Sigard in eine Maschine stopfen und dann hat es Scharwandel. Also verändere ich tatsächlich die Fähigkeit. Aber was ist, wenn ich ein Gen 6 Sigard habe? Kann ich es auch in die Maschine stopfen und hat dann auch Scharwandel? Weil dann könnte ich natürlich auch Carlos Sigards haben mit Scharwandel. Wo soll ich hin? Wie kriege ich Shiny Sigard in der Hundeform? Du resettest Shiny Sigard in Gen 6 oder 7 und machst es dann in Gen 7 zur Hundeform. Wobei? Du solltest Sigard die Hundeform auch in Schwert und Schild irgendwie kriegen können, oder? Ah, fuck. Ich sag gerade alle dauernd was anderes. Das ist so interessant. Ist das nicht Locked in XY? Bestimmt. Oder? Ja. Du löst das ursprüngliche Sigard meines Wissens nach komplett auf und synthesierst ein gänzlich neues dann mit der Fähigkeit Scharwandel. Okay. Hat es dann aber immer noch... Ist es dann wirklich ein neues Sigard? Oder ist es immer noch... Es hat dann trotzdem wahrscheinlich noch die alte OT mit Herkunft Carlos, oder? Wo soll ich lagen? Warte, jetzt kann ich hier drauf gehen, glaube ich. Alola Photo Club in Howley City. Zeig mir deine Karte. Darunter. Gehe ich so wilden Encountern aus dem Weg? Ich glaube schon, gell? Ohhhh. Nice. Ich ziehe sogar mehr Pokémon an. Okay. Äh, wie komme ich da? Ich muss in Kurs. Ab Gen 7 lässt sich die Fähigkeit jedes Sigards mit Items ändern. Okay. Erhalten eine Sigard mit Scharwandel Sigard. Was? Erhält diese Fähigkeit erst seit der 7. Generation, indem man alle 100 Sigard Zellen und Kerne im Gebäude der Aether Foundation auf Route 16 mit Hilfe des Reinkarnator zu einem anfänglich 50. Jajaja. Ich kann nur aus dem Poké-Wiki zitieren. So wie ich es lese, tippe ich darauf, dass sich die Fähigkeit in Gen 7 ändert. Sigard ist in Usum auch locked. Ja. Irgendwie sagen alle was anderes. Auf jeden Fall kannst du ohne Probleme die Sigard aus XY mit der schabernde Fähigkeit ausrüsten. Was? Fotoshooting? Ah. Passt schon. Lass mich gehen. Okay, also dass das geht ist klar. Ich kann 4 Sigards in Gen 6 fangen und 2 davon einfach dann Scharwandel geben mit einem Item. Ich glaube das Item gibt es sogar in Gen 8. In Gen 9 nicht, aber in Gen 8. Wobei, in Gen 9? Sigard? Ne. Gen 8. Ähm. Jetzt ist aber nur die Frage. Wo kam das erste Mal ein Sigard vor, das Scharwandel kann? Wie, hat das jetzt nicht gezählt? Wenn du Sigard normal fängst in Gen 7 hat es auch erst Aura Umkehr. Ja. Okay. Das ist blöd. Ich will doch nur, dass ihr mir sagt, ja du musstest in Sonne und Mond fangen. Weil sonst muss ich 4x XY spielen. Dave, was hast du gemacht? Hast du 4x XY gespielt? Kann doch nicht sein, dass ich jetzt nochmal so ein Bild machen muss. Die steht doch jetzt bestimmt hier. Okay, gut. Das gibt es nicht. Sigard können nicht mit Scharwandel gefangen werden. Mist. Scharwandel ist immer eine Fähigkeit, die man nur mit Items bekommt. 4x XY eigentlich mehr wegen Vivillon. Ja, das musst du ja nicht durchspielen. Für Vivillon musst du nicht mal bis zur ersten Start. Du musst bis zur ersten Start ums Pokémon Center. Vivillon dauert ja 15 Minuten. Lieber 4x XY als 4x Usum? Nein. Denn die Alternative wäre 2x XY und 2x Usum. Das war mein Verständnis bisher. Dass hier 2, dass ich in Usum 2 Sigards mit Scharwandel fange. 4 Usum steht ja gar nicht auf dem Tisch. Es steht entweder 2-2 oder 4-2. Einfach durchlaufen, Runs in 7-8 Stunden. So schnell? Aber dann hast du dir die Pokémon vom vorherigen Run gegeben, oder? Natürlich helfe ich dir. Was bin ich gespannt aufs Montag surfen? Wo willst du hinrutern? Da hoch. Du musst es in Sonn und Mond fangen. So hast du es im Grunde mit Deoxys auch gemacht. Außer, dass du Deoxys selber gefangen hast. Das mit Deoxys ist aber was anderes. Deswegen frage ich ja die ganze Zeit. Deswegen habe ich ja gemeint. Ist das die Guard, dass man in Sonn und Mond fängt? Hat das Scharwandel? Und anscheinend nein. Somit muss ich es nicht in Sonn und Mond fangen. Darf ich es nicht in Sonn und Mond fangen? Hat auch eine Umkehr. Eben. Hätte es Scharwandel, muss ich es, so wie Deoxys, weil Deoxys hat die Form nur in Feuerrot. Deswegen musste ich das Deoxys aus Feuerrot fangen. Weil da ist das erste Mal die Form vorkam. Aber da Scharwandel... Scharwandel kommt das erste Mal vor in Sonn und Mond. Aber das Deoxys, das ich in Sonn und Mond fangen kann, ist exakt das gleiche, das ich in X und Y fangen kann. Also muss ich vier Stücke in X und Y fangen. Das ist doch das Logischste. Warum habe ich nicht Unheilsbügel gemacht? Deoxys kann man aber nicht dort fangen in Sonn und Mond. Du kommst ganz durcheinander. Das ist nur ein Beispiel, wie ich es damals in Gen 3 gemacht habe. Okay, 9T-Dancer. Ich kann auch PK-Hacks einfach starten und jedes Pokémon mir ins Spiel reinhacken. Was soll ich das machen? Was ist denn das für ein Vorschlag? Glaubst du, das weiß ich nicht. Ich sehe jetzt etwas anderes, da die Fähigkeit zum ersten Mal in Gen 7 mit dem... Heißt das auch erst da? Was wird mit dem Mudkip da ersetzt? Poker, achso. Ich weiß, was du meinst, das ist halt die Frage. Natürlich würde ich lieber zwei XY, zwei Sonne und Mond machen. Das spart mir sehr viel. Aber dann habe ich in Home zwei Deoxys aus Carlos und zwei Deoxys aus Alola. Sieht auch komisch aus. Sieht auch komisch aus. Siegart? Sag ich doch. Ihr habt mit Deoxys angefangen. Ihr habt mir Deoxys in den Kopf gesetzt. Was ja eigentlich richtig wäre, weil die Fähigkeit gab es ja erst ab Alola. Ja. Ja. Ich weiß. Aber das in Alola sieht exakt so aus wie das Siegart in XY. Du würdest sie nicht unterscheiden können. Nicht richtig. Ich bin doch nicht richtig. Ich bin doch schon längst vorbei. Hä? Das ist ja... Was? Ich bin ja ganz woanders. Ohrences. Ah. Ah. das macht ja keinen sinn ein galasigard kann ja auch schar wandeln also sollte wieso sollte ein kalos das nicht können eben wenn ja die regel ist fange das pokémon in der gen in der es das erste mal vorkam sigard kommt erst mal in gen 6 vor in gen 7 kann ich auch nur in sigard fangen das nicht schar wandeln kann also muss ich vier mal sigard fangen in gen 6 und zwei davon gebe ich in gen 7 schar wandeln damit es eine neue form bekommt heißt dann müsste das gen 80 hat eigentlich das zu fangende sein weil das erste schatten zu fangen mit schar wandeln ich weiß was du meinst aber das ist viel zu kompliziert gedacht weil nö es geht darum fange das pokémon in der gen in der es das erste mal vorkam und der punkt dass ich die fähigkeit ändern kann jederzeit von sigard hat ja mit all dem nichts zu tun nehmen wir an nehmen wir an den werser war spiegel nehmen wir an es gäbe den wo komme ich hier runter nehmen wir an den werser spiegel gäbe es erst in gen 6 vergessen wir traumradar in wasch wer ist das oh mein gott nehmen wir an der den werser spiegel gibt es erst in gen 6 und in gen 6 gibt es auch borreos voltolos und so weiter in welcher gen würde ich dann die tiergeister fangen nicht in gen 6 weil weil die tiergeister kann ich nicht fangen aber ich kann sie in gen 6 zu tiergeistern machen so hätte ich dann quasi sechs genies und drei davon würde ich in gen 6 zu tiergeistern machen zum glück gibt es traumradar wo man an sich die tiergeistform fangen kann und deswegen muss ich traumradar benutzen die tiergeistform zu fangen wenn in gen 6 wenn es traumradar nicht gäbe und in gen 6 würden die tiergeister rumfliegen dann wäre es gen 6 die tiergeisterform gab es ab 5 in traumradar korrekt hallo maori mariko du bist ein ditto manntag surfen das ist ja wie mannafi irgendwie warum wie sehe ich denn aus was ist das denn für ein outfit du musst keine machen maori es wird bestimmt immer noch leute geben die die eier brauchen weil sie an dem tag wo ich das mache oh mein gott nicht da sind es vergessen und so weiter sieht richtig krass aus was soll ich jetzt tun look at the moves we got the moves kann ich auch irgendwie hoch kickflips machen nö hab ich auch gemacht aber nochmal ok 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 Oh Gott, was, was, was? Bewegst du das Schiebepad während manntags in der Luft befindet? Fährt deine Drehung? Okay, okay, okay. Wofür mache ich das alles? Saganabiss-Schraube. Yeah. Darf ich das Ditto haben? Es ist doch nur ein Ditto. Ich lege es auf den Stapel. Nachdem manntags in der Luft gesprungen ist, fliegt es langsam an Höhe mit einer Drehung auf dem Wasser auf, bzw. eine Welle verschluckt. Okay, okay. Aber ich soll jetzt nicht verschluckt werden, oder? Oder waren wir? Nein, manntags sauber auf dem Wasser hältst du zusätzlich einen Punkt. Was ist jetzt? Warum jetzt? Was ist schon wieder? Was ist Schluss? Ende? Aus? Da ist eine Insel. Maori, du bist ein Ho-Oh. Holy shit. Muss ich das jetzt nochmal machen? Kann ich hier nicht raus? Das war nur das Tutorial. Uff. Gott, wir in die Höhe. Das war, das war, das war nicht gut. Scheint. Das ist aber cool gemacht. Ich muss sagen, das sieht etwas cool aus hier. Hey, das war perfekt. Was willst du? Ja, das war gut. Was ist so cool? Ohohoho Ey Highscore man Was? Landbonus Okay was kriegt er für? Coole Items Meisterball Sagen nicht 10.000 war das Ziel oder so Man muss halt PLA richtig spielen Mario Du spielst halt dann falsch Ey wir sind auf Akala Gott ich bin gleich beim Horde Hat Rotom nicht auch in einem späteren Spiel noch eine Form bekommen? Ja es ist halt in Gen 8 und Gen 9 ist es halt das Handy Smartphone Er glaubt er ist gleich beim Horde Ich bin gleich beim Horde Was meint ihr? Der Horde war direkt das nächste Kapitel nachdem man auf der Insel ankommt Nur noch 2 Stunden Tags wegtracken Du musst vorher shoppen gehen Let's go shopping Let's go shopping Das scheint eine große Selbstaufaufung damit Leute das Tempomacher Wuffels bekommen Ich opfere mich auf Aber du darfst nicht vergessen Ich kriege dadurch Views und Likes und manchmal sogar Geld Ihr müsst nicht denken dass ich so selbstlos bin Das ist nur ein weiterer Teil um einen Kanal aufzubauen Genau ist ja auch Content Warum magst du das Game nicht? Warum magst du das Game? frage ich dich Die Dialoge sind cringe Die Auflösung von dem Spiel ist schrecklich Die Cutscenes sind sowas von lang und uninteressant Die Story ist cringe ohne Ende Ich habe noch nie so ein kindisches Pokémon Spiel erlebt Ich weiß Pokémon ist für Kinder Aber es war trotzdem nie wirklich kindisch Und in Gen 7 war es so kindisch wie noch nie Selbst Gen 8 ist nicht so kindisch Und 9 erst recht nicht Und ich dachte du bist ein herzenslieber Mensch Ich verstehe nicht wie Leute das denken Außer muss ja eh Gen 7 irgendwann spielen Genau ich mache das ja jetzt hier nicht umsonst Ich lösche ja danach nicht den Spielstand Und dann machen wir einen Stream draus Wie ich einfach die ganze Zeit Eier brüte Und dann machen wir eine Warteschlange Wo Leute drin sind Und dann wird die ganze Zeit jeder Fünfte wird nicht da sein Weil er von Mami zum Essen gerufen wird Und dann schräge ich mich auf Dann lachen alle Es wird ein toller Tag Aber heute ist der zweite Bildschirm nicht so verkrisselt War wohl ein Fehler gestern So und dann rennen wir da hin Muss erstmal so weit zocken bis ich tauschen kann Ah es ist nur anderthalb Stunden Kajutsu geht nur auf SM Und dann ist der zweite Bildschirm nicht so weit Kajutsu geht nur auf SM und nicht auf Usum, das ist jetzt belastend. Ja, die Demo ist halt für Sonn und Mond und nicht Ultra, sondern Ultramond. Aber solange du die Demo hast, kannst du jederzeit Ash-Konjutsu abholen. Hallo Tiger-Shini. Magiana kann man über einen QR-Code in Usum bekommen, korrekt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine neue Insel betreten, zeigt uns erstmal Rotom die ganze Insel so. Und dann gehst du hier hin und dann sind hier random Charaktere, die eindeutig Jesse und Jameson Ich weiß nicht, die schütteln selber den Kopf vor Cringe. Das ist doch wirklich so, haha. Und dann so, oh Gott, was haben wir da gerade getan? Oh nein, wir werden gezwungen. Das sind Charaktere aus Gen 6? Echt? Vielleicht muss gegen die kämpfen? Okay. Das sind die Assistenten des Profs aus... Ah, doch, ja, okay. Ich hab die doch nicht erkannt. Die haben eine Sonnenbrille auf. Die sind doch inkognito. Können wir keinen Doppelkampf machen? Runde nacheinander. Mein Volverock weist ordentlich zu, ey. Ich hätte gedacht, das sagt öfter nein. Ich krieg halt so die ganze Zeit kein Level für Bouts. Das ist ein bisschen doof. Oh, der Sound für die Psystrahl war cool. Hat sich fast angehört wie so ein Traumauto-Call. Irgendwas Wichtiges, was man machen sollte, bevor die Server mal abschließen. Du, 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 du. Mika, hast du gesehen? Ich hatte sogar dein... Dein ehrenhaftes Senior... Äh, wie heißt das? Zier, Zierpeise im neuesten Video. Mir fällt nix ein, außer Wuffels. Man kann halt nach dem, ab dem 9. April nicht mehr Wundertausch und nicht mehr Linktausch machen. Was also fehlt dann? Oh. Okay, Draharot, das stimmt. Nach welcher Logik, was für ein Pikachu, was für ein Giga-Pikachu? Ich hatte ja mal gesagt, dass ich, wenn möglich, die Gigas nur nehme, die Giga sind. Also, man kriegt ein Giga-Pikachu, man kriegt ein Giga-Eboli, man kriegt das Giga-Mauzi und so weiter. Und die sind Prio 1, die muss ich haben. Weil das sind die Gen 8 Gigas. Ähm, und bei denen, denen es nicht geht... ...fange ich sie in Gen 8 und gebe ihnen dann ne Suppe. Ja. Guter Punkt. Es fühlt sich aber trotzdem irgendwie anders an. Gen 8 kam da zuerst vor. Was? Was? Nein! Kann ich überall diese dummen Bilder machen? Hm. Das ist ritzig, jung. Wieso wuffelt's? Da du kein Wuffels mit der Event-Fähigkeit haben kannst, da es ein Event war, musst du ein Wuffels mit Tempo-Fähigkeit getauscht bekommen. Von jemand anderem, der eins hat. Wie ich zum Beispiel, ich habe ein Tempo-Macher Wuffels. Oder Wolverock. Das da. Das da. Wenn du das nicht hast, ist es unmöglich für dich, ein Zwielicht-Wolverock zu haben in Gen 7. Wenn du also eins willst, muss dir jemand eins schenken. Und das schenken ist unmöglich, sobald der 9. April ist. Und komm nicht mit PK Hex. Äh, warte, wir müssen mal Bauzeilen. Sobald der 8. April ist, nein, weil der 8. April um Mitternacht ist die Server zu. Also um eins nach ist der 9. April. Ab 9. April geht's nicht mehr. Hallo, Handpro. Geht Bank noch? Ja. Hey, wo muss ich hin? Ach, jetzt sind die Goofa wahrscheinlich weg. Ich will, dass sie gar nicht aus Gen 6 haben. Ich will Gen 6 nicht viermal durchspielen. Ich nehme jeden Halm, den man mir gibt, zum Greifen, dass ich es nicht in Gen 6 viermal machen muss. Aber ich weiß nicht, ich fände es irgendwie, ich finde es logischer. Das mit Giga stimmt. Warum finde ich das aber einen Unterschied? Erstmal weiß ich noch gar nicht, ob ich Gigas überhaupt dazuzähle. Weil Gigas keinen Unterschied haben. Keinen visuellen Unterschied. Ähm. Ich habe ja auch aufgehört, ich habe ja auch aufgehört, Shinies zusammen für Giga. Also weil, also entweder, weil vielleicht nehme ich meine Gen 1 Pokémon und vergiga-sifiziere sie. Weil ich es nicht einsehe, eine extra Box dafür zu haben, wenn die sowieso genau gleich aussehen. Äh. Äh. Ich muss nach rechts. Äh. Ey, die sind so blind, ne? Hahaha. Die sind so blind. Warum komme ich da nicht vorbei? Wow. Hier ist doch der Hort. Sag jetzt nicht, hier ist noch eine Stunde Cutscene oder so. Ist das nicht ein bisschen früh, ehrlich? Ich meine, der New 2DS kam im Juli 2017 raus und jetzt werden schon Server abgeschaltet. Ja, aber ich schätze mal auch, dass Nintendo die Zahlen zu schlecht findet und wahrscheinlich benutzen sauwenige Nintendo Online-Services auf dem DS-System. Weswegen sie sich denken, warum sollen wir die noch aufrechterhalten? Ähm, ich glaube, wenn viele das noch benutzen würden, würden sie es nicht so machen. Aber keine Ahnung, ja klar. Für Leute, die es noch benutzen, ist es definitiv zu früh. Ich glaube eben, 90% der Leute kriegen es nicht mal mit und kümmert es überhaupt nicht. Deswegen kann da Nintendo einfach Geld sparen. Da könntest du dir ja jetzt das Ash Pikachu holen. Ist es hier schon? Ich dachte, es ist erst sau spät irgendwo. Und genau genommen ist es doch der erste Online-Service, den Nintendo abstellt, oder? Das war der erste, den es überhaupt jemals gab. Oder? Hyper-Sprint-Angriff. Chill. D-S davor halt. Ja, aber das ist ja der gleiche Service, oder? Wie und D-S? Ja, aber das ist doch nicht das gleiche? Okay, also die sind noch länger abgeschaltet. Ja, aber ich hole mir jetzt nicht das Pikachu. 100% Siegeart gibt es nicht. Es zählt nur 10% und 50%. Ähm... Ist quasi wie eine Mega-Entwicklung. Das zählt nicht. Pikachu. Der wird bestimmt eine Alola-Rai-Chu haben, oder? So cool ist Alola-Rai-Chu. Außerdem ist es unmöglich, ein Gen-6-Sigart für die Gen-7-Schar-Wandel-Form zu benutzen. Anscheinend nicht. Anscheinend kannst du locker in Gen-6-Sigart nehmen und dem Schar-Wandel geben. Wenn das nicht geht, dann bin ich sofort... Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Dann muss ich einen Gen-7 nehmen. Oh Gott. Ich weiß es nicht, was ich mache. Ich schätze mal, ich werde es aufteilen auf Gen-6 und Gen-7, weil ich es ja auch mit Icognito quasi aufgeteilt habe, aber da ging es halt nicht anders. Und ich werde ja auch die Tiergeister aufteilen. Das heißt, da habe ich ja sowieso schon Traumbälle. Und das mit Giga war ein sehr gutes Argument, weil bei Giga werde ich es auf jeden Fall so machen. Ich werde nicht nochmal einen Pikachu in Gen-1 fangen, um den Giga zu geben. Ich werde extra einen Pikachu fangen in Gen-8, was Giga hat. Weil da wurden das erste Mal Giga eingeführt. Also ja, in Gen-7 wurde das erste Mal Schar-Wandel eingeführt, also könnte man einen Sigart in Gen-7 fangen. Mal schauen. Ob das Sigart zurückgesetzt wird, das ist auch eine gute Frage. Dadurch, dass es ja in komplett DNA aufgesplittet wird, kann es sein, dass es komplett alles verliert. Und dann wird es auch ein komplett neues Sigart mit neuer OT und sowas. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, es bleibt das gleiche Sigart, nur mit einer neuen Fähigkeit. Soll ich es testen mit meinem Gen-6-Sigart? Wenn du magst. Aber das hätte ich wahrscheinlich schon wieder vergessen, bis wir dann endlich in Gen-7 sind. Nein. Ja, Wulauso ist nervig, deswegen... Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine extra Giga-Box mache. Ich hatte ja fast alle Giga-Shinies extra nochmal zusätzlich. Dann habe ich irgendwann gesagt, boah, das ist doch so ein Quatsch. Ich mache einfach die Shinies, die ich habe, auch zu Gigas. Also warum nehme ich nicht einfach... Also ich habe dann quasi meine Kanto-Box. Und in der Kanto-Box bei Pikachu ist halt noch ein Gigasymbol dabei. Dabei, das ist auch anstrengend. Das ist auch nicht ordentlich. Ne, ich muss extra... Ja, Wulauso muss man fünfmal holen. Habe ich ja gemacht für den Living-Decks. Das heißt, eventuell habe ich vielleicht sogar schon ein, zwei... ... mit der OT-Leo. Vielleicht. Krokel hießt du gestern noch Niko, oder hießt du schon immer Krokel? Ich bin froh, dass ich das Giga-ML-Metall habe. Ja, habe ich auch. Wulauso dauert so circa zwei bis drei Stunden. Ja. Ich habe es ja schon fünfmal gemacht. Weil ich habe es nicht immer fünfmal gemacht. Ich habe es nicht fünfmal gemacht. Happens hat mir, glaube ich, einen Wulauso gegeben. Und eins habe ich, glaube ich, aus dem GTS. So, weiter. Komm, wir sind doch gleich beim Hort. Was habt ihr? Hast du Niko nicht gestern gebannt? Eben. Aber Krokel verhält sich sehr ähnlich zu Niko. Ja, Kubi, das muss man auch zweimal holen, ja. Aber das geht ja. Ich habe mal einen Speedrun gemacht in Legends Arceus. Rekord ist, glaube ich, fünf Stunden. Ich habe acht Stunden gebraucht. Also, es war nicht sehr gut. Aber... Den kann ich verschieben. Aber ich bleibe mal bei Bolvorock. Account ist erst drei Tage alt. Krokel, du heißt immer schon Krokel seit drei Tagen. Ich habe Twitch erst seit gestern. Gestern ist nicht drei Tage. Moment. It's not adding up. Wir sind einer Verschwörung auf der Spur. Krokel, alles gut. Aber für Kropidos muss man, glaube ich, hier auch einige Quests machen. Ich glaube, du musst alle... Hier, also alle Genies einmal kriegen und dann kommt Kropidos. Spiel durchspielen. Dann kommt man zu Cynthia. Oma Cynthia. Und dann... Ah, die älteste sieht am weitesten. Ja, genau. Lügentim ist auch gebannt, ja? Der hat zu viel gelügt. Genies auf Level 10. Dann kommt Kropidos. Sie. Ah, okay. Habe ich gerade Steinhagel gemacht und das hat nicht getroffen. Ich habe mich sehr glücklich für. Warum? Ich habe das gemacht. Wie machst du das dann mit der Verteilung der Eier? Wie meinst du? Wie soll ich... Was soll ich machen? Jetzt kommt hier noch was. Gen 1 ist großartig, Mika. Lasch Gen 1 in Ruhe. Es ist der Ursprung von allem. Es ist der Origin vom Origin. Big Teddy Cow. Nicht Maho, die anderen beiden. Sag ich dann, hey Leo, ich will deine Eier. Wir könnten so einen Spruch machen, wenn denen jemand schreibt, kommt die Person auf die Liste. Das kann ich machen. Triggerspruch, hey Leo, ich will deine Eier. Ich will dein Ei. Will deine Eier. Machen wir, ich will deine Eier. Jeder, der das schreibt, kommt auf die Liste und dann habe ich hier so eine Liste. Das geht ganz leicht. Dann gehe ich die Liste ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst quasi. Dann wäre jeder Kunde bei uns auf der Liste. Was hast du für Kunde? Darf ich jetzt hier raus? Oder? Ja. Schnell durch. Können die Eier in Ostern verteilen? Wann ist Ostern? Pampouli ist Gen 7, ne? Ich glaube, Pampouli ist Gen 7. Äh, doch, 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 doch. Ähm. Erster, vierter. Was ist erster, vierter für ein Tag? Muss ja Sonntag sein, oder? Ist Ostern nicht immer Sonntag? Ostersonntag? Jetzt bist du männlich. Okay. Du gehörst mir. Oh nein. Soll ich einfach Eier schmeißen? Äh. Buckebälle schmeißen. Montag? Ostermontag? Das können wir machen, ja. Ostermontag ist großer Wuffelseier-Verschenktag. Dann am Ende sind hier drei Leute und nach zehn Minuten sind wir herum. Okay, ich muss was anderes holen. Kann ich meinen Kalender eintragen? Wir sollten ja gleich da sein. Das neue Eiersuchen dann. Das große Eiersuchen. Leo, gib mir deine Eier. Jeder, der sich verschreibt, hat Pech gehabt. Ne, wir können es nicht mit einem Spruch machen. Das wird einfach auch so bezeichnen. Ei. Ich greife mir deine Eier auch vor oder nach Ostern. Ausnahmsweise. Und wir haben Silvaro-Entwicklung, äh. Ar-Ar-Boss, wie heißt das? Ar- Ari-Ari-Boss. Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar Ampulli. Ampulli. Woher leiten sie den Namen ab? Arboritus. Weiß nicht. Warum will der da unten, dass ich Bilder mit ihm mache? Zeig mir die Karte. Wir haben's gleich, da oben. Ah. Hallo Marco. Dankeschön für deinen Prime Marco. Ulti-Lam brauchen wir nicht. Wir haben's geschafft. Ich kann von hier tauschen. Da drin ist ne PC-Box. Achso, jetzt gibt die mir ein Evoli-Ei. Das brauchen wir gar nicht. Es gibt kein neues Evoli in Gen 7, ne? Oder? Ne. Gen 6 ist Feli Nara. Oh Gott, selbst hier brauch ich 5 Minuten, ey. Was? Ich mach nichts. Und direkt so... Ah, das ist zeitlich basiert. Wie lange hält das? Das ist natürlich praktisch. Stack das mit Feuer... Flammkörper. Dann zoome ich hier einen Wolvarock rein. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Äh... Und Rathetox. Tun wir mal alle rüber. Ich hab Flammkörper, ich hab keinen Ovalpin oder sowas. Und die Zeit von dem Rotom läuft schon ab. Das werden wir nicht lange haben. Aber... Ja, das sollte relativ schnell gehen. Weil Wuffels brüten auch schnell aus. Wobei, ich brauch gar keinen Flammkörper. Ich trottel. Ich brüte die ja gar nicht aus. Lieber wegmachen. Bevor ich mit Eiern rumlaufe und die... Ich brauch ja gar keinen Flammkörper. Schnell weg damit. Ihr müsst die ausbrüten, nicht ich. Eigentlich muss ich ein volles Team machen. Ich kann ja Linktausch machen aus der Box raus. Die müssen nicht im Team sein. Ich muss ein volles Team haben, damit die Eier direkt... weg gehen. Oder? Ja. Jetzt geh ich... Ich tu mal dieses Evoli Ei auf Box... Die letzte Box. Und dann hier zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob die Eier dann auf Box 1 oder Box 2 gehen. Ich schätze wahrscheinlich 1. Und jetzt speichere ich mal nach Ewigkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt... Radeln... Wannen dann alle direkt in die Box rein. Und dann sollte ich in die Plaza gehen können. Und aus der... Aus der Box Eier auswählen können zum Tauschen. Ja, ich habe extra das... Deswegen habe ich das Evoli Ei weggemacht. Du brauchst ja auch 2 wegen OT. Habe ich schon. Wie macht man das mit den Cap Pikachu's in Gen 7? Gar nicht. Geht nicht. Gibt's nicht mehr. Ich habe zwar UM erst vor kurzem durchgespielt, aber gab es überhaupt ein Rad? Ne, das ist Taurus. Taurus ist das Rad. Taurus ist das Rad. Eine richtig nervige Sache ist halt... Dass ich jeden... Clap... In die Freundesliste hauen muss. Wir müssen bei jedem Menschen erstmal so... Hey, hier ist mein Freundes-Code. Hey, hier ist meiner. Es reicht noch nicht mal, dass ich euch meinen gebe. Man ist ja erst befreundet, wenn beide den gegenseitigen Code eingegeben haben. Oder... Gibt's irgendeine leichtere Variante? Ich gehe hier auf... Wo ist das? Ich gehe hier auf... Festivalplaza. Und ich muss online gehen. Und wenn ich tausche... Tauchen hier auf... Wer sind all diese Menschen? Wer sind all diese Menschen? Ich bin mit denen nicht befreundet. Wer sind die Menschen? Getroffen am 23. Was? Hongkong? Angel. Achso. Hä? Und wer ist das? Getroffen am 23. Getroffen am 23. Gestern? Wo kommen all diese Menschen her? Wer ist Alexander? Berlin. Mein DS war aus, als ich durch Berlin gegangen bin. RANDOMS. Okay. Also es gibt sicher keine Methode, dass ich jetzt irgendwie... Kannst du bei Gäste Liste nicht nach rechts, links? VIP-Liste, Gäste Liste. Nee, dann sind dann Freunde, die ich favoritisiert habe. Ich habe keinen Bock, am Ende sau viele Leute in der Freundesliste zu haben. Es ist halt so umständlich, jedes Mal den Code eingeben und sowas. Zumindest möchte ich das Spiel nicht verlassen. Ich kann einfach hier hochgehen. Es geht wenigstens schnell, hier hinzugehen. Und dann muss ich jedes Mal einen Freund registrieren. Boah. Favoritisieren. Stimmt doch. Das ist umständlich, ja. Heute gibt man einfach einen Code ein. Früher musste man befreundet sein. Das ist schon hart. Monstertyp. Ich meine, vielleicht ist so wenig los, dass man Glück hat und die Leute wirklich hier einfach auftauchen. Das sind wahrscheinlich all diese Leute hier. Die da aufgelistet sind. Irgendwo steht hier ein Alexander. Irgendwo steht hier ein Monstertyp. Ich meine, ich könnte zum Beispiel die ganze Zeit hier rumlaufen. Wenn ich jetzt auf Tauschen gehe, sind es andere Menschen. Auch interessant, dass ich nicht online bin und trotzdem werden mir hier eindeutig online Menschen angezeigt. Und nicht Leute, die hier um mich rum sind. Das sind, glaube ich, immer noch die gleichen. Was geht's? Unendlich nach unten, oder? Ne, nicht ganz. Also es könnte passieren, dass hier die Leute auftauchen. Wahrscheinlich muss ich jedes Mal einen Freundescode eingeben. Was auch geht. Mein Gott. Aber das war's. Ich werde, glaube ich, das wirklich abwechselnd machen, weil es muss ja auch jedes Mal jemand erst mal da sein, gefunden werden. Das heißt, ich werde eins brüten. Festival Plaza. Freundesliste. Code machen. Verschicken. Brüten. Ich meine, ich kann auch alles schon vorerstellen. Es ist ja nicht brüten, es ist ausschlüpfen. Doch, brüten, ausschlüpfen. Es ist, naja. Ditto muss zur Sache gehen. Kann ich natürlich schon davor machen. Aber dann besteht halt die Fähigkeit, dass ich zu viele produziere. Du hast auch eins von Angel bekommen. Wie du magst. Fünf oder so, um reinzukommen. Ja. Können mal schauen, wie wir, wo wir langlaufen. Vielleicht komme ich gar nicht weit. Okay, der da ist zum Beispiel nervig. Wo laufen die Leute hier rum? Das ist ja super anstrengend. Und wo dreht die sich hin? Der macht Liegestützen unter dem Auto. Hier kann ich runter. Und hat die sich jetzt schon weggedreht? Tatsächlich. Woran? Ach, die verschränkt die Arme. Das ist der Punkt. Die dreht sich nicht hin. Das ist die Kacke bei BDSP. In eine PC-Box. Ich glaube ich kann es spammen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo sind eigentlich die Einstellungen? Ah. Drei. Animation. Kampfstil. Knopfbelegung. Team-Box. Automatisch. Ah, das gab es hier schon. Sehr gut. Und dann so. Das ist halt gefährlich. Vielleicht muss ich den noch besiegen. Oder ich mache einfach die ganze Zeit so. Dann verschränke sie die Arme. Okay, der Text geht so viel schneller jetzt. Und Ei geht direkt in die Box. Okay, in welche Box geht das Ei? Es ist zum Beispiel geil in Schwert und Schild. Da sagt man, die Box, die ausgewählt ist, da geht das Ei hin. In BDSP ist es immer Box 1. Und hier ist es die Box, die ausgewählt ist. Warum haben sie in BDSP so viel verkackt? Was so geil eigentlich war mal. Okay. Und schon kommen alle Eier in die Box 2. Du kannst zu Fuß in den Zaun gehen, dann dort mit Taus im Kreis sprinten. Zu Fuß in den Zaun gehen. Zu Fuß in den Zaun gehen. Ah, hier. Hier? Meinst du das? Du meinst Kapu? Ne, in BDSP geht es auch immer in Box 1. Sprinten? Nicht sprint, es passiert nichts. Ah. Nice. Was für ein Tipp. Das machen das die Leute so? Das ist natürlich gut. Jetzt bist du ein echter Usum Breeder. Jetzt bist du ein echter Usum Breeder. Okay, man muss sich bewegen, damit sie nicht aufhört. Ja, so hört man irgendwann auf. Interesting. Ich glaube, bestimmt machen das nicht alle, weil du musst jedes Mal halt runter gehen, wieder da raus gehen und so weiter. Zeit erspart es wahrscheinlich nicht, aber es erspart. Nerviges hin und her steuern. Wobei hier muss ich auch die ganze Zeit im Kreis. Ja, gut. Also wir müssen uns aufhören, dafür haben wir den Discord. MlG lol kannst du aufhören. Dafür haben wir einen Discord. Das wurde dir schon gesagt. Vom Meister. äh, okay brauche ich jetzt nicht weitermachen Trainerpass, was gibt es hier eigentlich? 50.000 habe ich wofür? wir gehorchen alle Pokémon bis Level 35, ich habe eine Prüfung gemacht und mir gehorcht jetzt schon 35, deswegen läuft Volverog so gut wow, geschenkt ey und dann werden hier die Prüfungen aufgelistet okay dann kann ich hier QR-Code scannen Kampfvideos, Pokepause das werde ich nie benutzen okay speichern haben wir es geschafft, in einem Stream sind wir zum Hort gekommen beautiful in Kapu ist es weiß ich gar nicht, wo die Eier hinwandern in Kapu wandern sie nee, in Kapu wandern sie in die Box, die du ausgewählt hast ganz sicher weil ich habe mittendrin jemand das gehabt genau, das Capikachu, das man shiny hatten kann ist mit QR-Code und das ist anscheinend schon hier auch hier in der Stadt, wo ich gerade bin irgendwo da in dieser ich will nicht hier oh mein Gott, gibt einem jetzt echt Rotom-Tipps ich will auf die Karte, Rotom danke irgendwo hier in der Stadt stehen Leute und einer davon gibt dir das Pikachu und vor dem kann man sich dann hinstellen, speichern und es immer wieder abholen aber man muss halt den ansprechen dann den QR-Code scannen oder du scanst den QR-Code und die Person gibt dir dann das Pikachu ich glaube den QR-Code musst du nur einmal scannen und dann resettest du quasi die Person die ganze Zeit aber ja das werden wir irgendwann machen zählt bei Gif-Mons der Schiller-Pin was sind Gif-Mons? schau Mauri die shiny sprudeln nur so jetzt machst du es richtig ach Gift-Mons ähm meistens zählt der Schiller-Pin nicht bei geschenkten Pokémon ne Pokémon die man per Geschenk bombt ja Gift-Mons ähm und nicht Gif-Mons die die berühmten Bewegtbilder äh ne vielleicht gibt es Ausnahmen aber in der Regel zählen statische Pokémon da zählt der Schiller-Pin nicht also hier glaube ich bei Pikachu würde es zum Beispiel auch nicht zählen und ich glaube hier kriegt man auch Alolamons geschenkt oder getauscht da zählt es glaube ich auch nicht immer nur wenn ein Pokémon mehrmals antreffbar ist zählt da der Schiller-Pin mach die Autokorrektur aus nein Schwan wie du willst wie du brauchst okay das war's eigentlich wollte ich noch Enteys resetten aber Usum hat mich zu sehr angestrengt Softresets von Legis und Ultrabästchen zählt der auch okay dann ist die Regel nicht ganz korrekt das willst du dir nicht antun achso ohne oder können wir noch irgendwas machen nö das war's morgen aber war ein Eier-Stream 1. April dann denken aber alle es ist ein April-Scherz ich hab dieses Jahr keinen April-Scherz vorbereitet wir können auch einen 30er machen weil an einem Montag wobei es ist Ostern da haben alle Leute auch Zeit Ostermontag wann hat man mehr Zeit Ostermontag oder Ostersonntag das wäre zu doll wenn das der April-Scherz wäre Ostermontag haben mehr Leute Zeit glaube ich auch Ostermontag Ostermontag Ostersonntag Ok dann sagen wir Ostermontag gibt's Wuffeleier zu verschenken ihr müsst aber weit genug im Spiel sein ihr müsst da sein ihr müsst euch gedulden ihr kommt auf eine Liste und dann wird das abgearbeitet und dann kriegt ihr ein Ei und könnt ihr euch dann selber das zweite machen wenn ihr überhaupt zwei haben wollt und dann war's das aber und dann werden genug Leute sich beschweren ich hab keins ich darf ich mich auch eintragen nein Maury hat gestern schon das Original Wolverog gekriegt und sucht schon mal euren Freundescode raus Katetsu ich würde sagen wenn du helfen willst dann bist du die Anlaufstelle für die Leute die es nicht schaffen an dem Tag eins zu kriegen vertausch doch falsche Eier als April Scherz das wäre schon saulustig wartet jemand zwei Stunden und dann kriegt er so ein Carpador was ist Metal dieses Jahr kommt kein neues Pokémon Spiel du kannst mich bei den Eiern nicht ausschließen mach ich doch nicht mach doch in Discord schon mal den FC damit man sich adden kann wie warum nein dann muss das nicht im Stream machen doch ich muss es im Stream machen glaubst du ich setze mich privat hier hin und gebe eure Freundescodes ein damit wir befreundet sind nur damit es für euch schneller geht nö da muss ich durch da müsst ihr mit mir zusammen durch soll ich dann meinen Freundescode irgendwie in die Seed stellen macht ihr nicht so viele Gedanken weiß ich nicht bist du heißer geworden Bruder äh wenn ich dich sehe wird mir eiskalt war nur ein Vorschlag schlechter Vorschlag vor allem dann Cam anfangen die nicht mehr interessiert wären genau ja Leo bereut's jetzt schon nein das wird lustig ich glaube ich hab zwei Jahre lang sowas gemacht wo Leute sich auf eine Liste eingetragen haben das wird großartig vor allem wenn die Hälfte der Leute nicht erscheinen und so weiter ich könnte auch schon eine Liste das wäre das dümmste eine Liste schon davor machen wo Leute sich eintragen mit Freundescode und dann hab ich die in der Liste und dann kommt die Hälfte nicht deswegen ich weiß ja wie das ist deswegen machen wir das live in dem Moment wer da ist ist da wer nicht ist nicht da wer keine zwei Stunden warten kann hat auch Pech gehabt wir machen uns einen Spaß verarschen die Leute die nicht da sind und ich bin raus für heute danke fürs Dasein wir sehen uns morgen morgen aber wirklich mit Entei und Deoxys vielleicht kommt's morgen morgen werden wir die Half-Ods treffen von Entei bin ich bei Deoxys nicht auch schon bei der Hälfte vielleicht bin ich morgen bei der Hälfte bei beiden Tschüss Bye Bye